Hey, du hast die Brille wieder. Ja, ich möchte vielleicht einen kurzen Bericht geben über Mühlhausen, über die Evolution. Es waren wieder sehr, sehr viele nette Leute da. Der Großteil der Vorträge war dem Thema Gesundheit gewidmet. Da gab es auch einen witzigen Zwischenfall. Vor meinem Vortrag noch war ein Referent auf der Bühne, der hat so einen Lakowski-Stab nach Tesla vorgeführt und hat auch erklärt, was es da für Phänomene gibt bei verschiedenen Heilprozessen. Und weil der den auf der Bühne dann in Betrieb genommen hat und eingeschaltet, ist dann hinterher bei ihnen die ganze Technik durcheinander gekommen. Aber weißt du, das ist eigentlich bekannt, das sollte bekannt sein. Du darfst nichts Elektronisches bei diesen Stäben dabei haben. Das kenne ich von meinem Frequenztherapeut, da muss ich mein Handy draußen lassen. Das müssen Sie noch lernen. Also der darf das in Zukunft auf der Bühne nicht mehr einschalten, sondern nur auf seinem Stand, weil sonst fallen ihnen wieder alle elektronischen Dinge aus. Das war ganz interessant. Dann hat es gebrannt, ein paar Gassen weiter, war ein riesen Feuerwehr-Einsatz, mit einer massiven Rauchsäule, keine Ahnung, was da los war. Und dann hat es noch einen Referenten gegeben, wenn ich mich richtig erinnere, war das der letzte im Reigen, ein gewisser Chris. Da ging es um rechtliche Themen, also auch wieder Mensch versus Person und vieles, was wir sowieso schon kennen. Aber wieder neue Varianten und Gestaltungsmöglichkeiten, mit denen man bei den Behörden aktuell scheinbar wirkungsvoll handeln kann. Und der hat im Rahmen seines Vortrags bei den Folien dann ein Zitat gebracht. Das hat mich nachdenklich gemacht. Und ich habe dann während der Zugfahrt auf Gott sei Dank da an einem Sitzplatz im Internet recherchiert und möchte das gerne auch zu einem Teil unseres Dialogs machen. Da geht es nämlich um den Hans Kielsen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ob der der Name etwas sagt. Also Hans Kielsen war ein österreichischer Jurist. So in den 20er, Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts war der aktiv. Und unter anderem war er auch der Vater der österreichischen Verfassung. Und der hat etwas begründet, was er reine Rechtslehre genannt hat. Und ich bin da immer etwas skeptisch, denn wenn Leute mir von einer reinen Lehre sprechen, dann klingt das für mich immer mehr nach Religion als nach Wissenschaft. Aber auch der, nicht nur die Anthroposophen, sondern auch der hatte das Ziel, im Rahmen der sogenannten Geisteswissenschaften, das Recht neu zu verankern. Und das Interessante, natürlich hat er auch wieder keine Methode genannt, aber er beginnt gleich einmal mit einer Abgrenzung. Das heißt Naturrecht oder Menschenrecht oder göttliches Recht, das gibt es alles nicht. Nach seinem Rechtsverständnis gibt es nur das positive Recht, von Positus gesetzt, also das von Menschen gesetzte Recht. Und diese Idee, dass es nur das von Menschen gesetzte Recht gibt, das hat einen Siegeszug um die ganze Welt, bis nach Japan, Amerika und überall hin angetreten. Weil er jüdischen Glaubensbekenntnisses war, musste er dann Anfang der 30er Jahre in die USA emigrieren. Die haben ihn mit offenen Armen aufgenommen. Und ja, also er lehnt jede Form eines höheren Rechtes ab und sagt, das kann alles nur vom Menschen kommen. Und da ist mir etwas Interessantes aufgefallen. Wer nämlich sagt, nur vom Menschen gesetztes Recht ist seiner Meinung nach gültiges Recht, der muss sich auch die Frage gefallen lassen, von welchen Menschen dieses Recht gesetzt werden kann. Das sagt er nämlich spannenderweise nicht. Er sagt nicht, ob das Priesterkönige sein müssen oder ob die in einer dynastischen Blutlinie geboren sind, ob die von Gott aus erwählt sind. Das kommt alles nicht vor. Am Ende des Tages zieht er sich offensichtlich darauf zurück, dass er sagt, nein, das muss wieder in den Gesetzen stehen, welche Menschen dann Gesetze wieder schreiben können. Und dabei ist er natürlich, was jeder denkt, der Mensch sofort sieht, in einem Zirkelschluss. Also ich kann nicht das Recht, Gesetze schreiben zu können, selbst wieder in ein Gesetz schreiben. Das ist ein offensichtlicher Zirkelschluss, genauso wie es bei der Evolutionstheorie natürlich immer Leben schon voraussetzt, wenn wieder Leben entsteht. Und so das wirkliche Entstehen von Leben, nämlich abiotisch, aus toter Materie, noch nie gelöst wurde als Problemanspruch. Du siehst, diese Endlos-Zirkel, dieser innere Regress, dieser Widerspruch, der zieht sich durch sämtliche Pseudowissenschaften. Und das ist für mich definitiv eine Pseudowissenschaft. Aber es eignet sich ganz wunderbar für Missbrauch. Und wir haben bei uns in Österreich inzwischen ein Hans-Kehlsen-Institut, ein riesen aufgeblasener Apparat, der den Mann immer noch huldigt, ja, also göttergleich wie in einer Religion, ja, und er, ich habe mir da von der Kepler-Universität Linz eine aktuelle Diplomarbeit als PDF runtergezogen und die auf der Bahnfahrt gelesen, ja, und sein Ruhm kann kaum überschätzt werden und solche Dinge stehen da drin. Ja, und warum bin ich auf den Hans-Kehlsen eigentlich aufmerksam geworden? Weil ich dieser Vortragende ein Zitat von ihm auf der Folie hatte und das Zitat lautet, alles Recht ist Fiktion. Alles Recht ist Fiktion. Da gibt es dann auch eine Fußnote zu diesem Ausspruch. Und weil es Fiktion ist und keine Vermutung, kann es auch nicht widerlegt werden. Ist das nicht schön? Ja? Und dann gibt es bei ihm auch noch den ausdrücklichen Satz, auch ungerechtes Recht ist rechtlich möglich. Und jedes Recht, jedes vom Menschen positiv gesetzte Recht muss seiner Meinung nach und seiner reinen Rechtslehre nach eine Zwangsordnung sein. Das heißt, er zwingt die Menschen eingestandener Wassen unter Regeln, die gerne auch ungerecht sein dürfen, also unter Einschaltung von Gewalt, nichts anderes ist ja ein Zwang letztlich, sagt aber nicht, wer das darf, wem dieses Recht dann zusteht, andere mit Gewalt zwingen zu dürfen. Das verheimlicht er. Das ist unser okkulter Staat. Der okkulte Staat ist der, der eben nicht offen ausspricht, wer die Macht hat, sondern der sich immer kleine Behelfe schreibt, kleine Verordnungen, Gesetze, was auch immer, um die zu ermächtigen, die ihm gerade als willfährige Büttel dienstbar sind. Und jetzt muss man aber noch eines vielleicht zum Abschluss dazu sagen. Du kennst sicher dieses ebenfalls übliche Zitat, wenn man oft hört, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Das heißt, wenn ich offen zugebe, dass jedes Recht vom Menschen gesetzt, ich sage aber nicht, von welchen Menschen, unter welchen Voraussetzungen, wenn ich es als Zwangsordnung begreife und sage, auch ungerechtes Recht ist möglich, dann liefere ich damit der gewalttätigen Revolution massiv Vorschub. Und dass so jemand, der das als Wissenschaft in die Welt setzt, mit Jubel und Begeisterung von den Eliten aufgenommen wird, als Scheinrechtfertigung über eine Pseudowissenschaft, ist für mich vollkommen klar. Also vieles, was wir heute erleiden müssen, verdanken wir der reinen Rechtslehre von Hans Kegelsen. Ja, also ich sage dir, du hast ein Flair dafür, mein Gehirn gerade mal nach zehn Minuten auf Hochtouren zu bringen. Wieso? Oh, weil wenn du so ein Feedback bringst von einer Abolition, wo du sagst, ja, das Thema war Gesundheit und was weiß ich, und die Abolition kommt mir ein bisschen vor, als wäre es ein Ort, wo, ich sage jetzt mal, Lösungen bereitgestellt werden, und du jetzt solche Themen bringst, dann hast du mich in eine völlige Schieflage gebracht, weil es zuerst so geheißen hat, als hätte dieser Hans Kegelsen für die Guten, ich sage jetzt mal, gestimmt, und jetzt gegen Ende zeigst du eigentlich auf, dass er, wie soll ich sagen, für die Politiker, die Schienen bereitgestellt hat. Ganz genau. So wie ein Lenin und was weiß ich, immer noch hochgejubelt werden. Ja, hundertprozentig. Und in Wirklichkeit, es ist ja in seinem Denkansatz, in diesem geistigen Zirkelschluss, nur die, die auf Gesetz beauftragt sind, dürfen Gesetze schreiben. Der typische Zirkelschluss. Und ich meine, wenn mir nichts Besseres einfällt, als dann in ein Parlament ein primitives Mehrheitsprinzip durchzusetzen, wo wir alle wissen, dass das mit Gewalt und Korruption funktioniert heute, und eigentlich nirgendwo mit Verständnis, weil unsere lieben Volksvertreter in der Regel über Gesetze abstimmen, die sie selbst nicht einmal gelesen haben, nach einem Verständnis wollen wir an der Stelle gar nicht fragen, und inzwischen bekannt ist, und zwar schon seit über einem Jahrzehnt, dass sogar Rechtsanwaltskanzleien für die Banker in Deutschland Gesetze geschrieben haben, vom ersten bis zum letzten Wort, dann kann ich nur sagen, Kielsons reine Rechtslehre lässt grüßen. Auch das, was du geschickt hast, der Vogue, ein Kulturkrieg gegen Europa. Wenn du das am Anfang liest, dann denkst du, und verstehst du auch, wieso die Marxisten so viele Anhänge haben. Natürlich. Ja, warum? Denn die bauen geistige Modelle, in denen immer die Gewalt, der Krieg, ein zentraler Baustein ist. Und wir wissen ja, dass nur der Kriegshäuptling die uneingeschränkte Befehlsgewalt hat, und der, der bei Naturkatastrophen eingesetzt ist. Und deswegen sind die dankbar für jeden Krieg und jede Katastrophe, die sie ausrufen können, noch dazu, wenn man ihnen das mit einer Scheinwissenschaft ummantelt. Wie mit der Klimatologie, oder der Plandemie bei den Viren, etc., etc. Oder bei der reinen Rechtslehre nach Kielsen. Aber bei der Q-Bewegung hast du ja das Gleiche, die sagen auch, das Militär wird die Wände erbringen. Ich habe das ja gesagt, das Militär ist ein Werkzeug wie jedes andere auch. Und das kann ich als Werkzeug oder als Waffe einsetzen, zum Guten wie zum Bösen. Rein theoretisch könnte man auch Kielsons reine Rechtslehre als Werkzeug begreifen. Er müsste nur genau erklären, wer diese Regeln, diese Normen setzen darf. Gehen wir jetzt einmal ein bisschen in unsere Technologie hinein, mit den spannenden technischen Gruppen, mit denen wir inzwischen kooperieren, mit den digitalen Kontrakten. Dieses ganze okkulte Staatswesen, unter denen wir heute leiden, von manchen Leuten wird es der tiefe Staat genannt. Ich sage lieber okkult dazu, weil da sind dann auch gleich alle Gruppen genannt, die im Hintergrund an den Stücken ziehen. Das wird dann besser verstanden. Okkult ist nichts anderes als intransparent. Würden wir flächendeckend so etwas wie die Democracy-App im ganzen deutschen Sprachraum einsetzen oder andere Werkzeuge, die unsere digitalen Verträge transparent und offen machen, wo jeder kontrollieren kann, ob dagegen verstoßen wird, wenn ja, durch wen und dann ist dessen Amtszeit sofort beendet. Ein kleines Beispiel. Dann wären alle diese Schachzüge nicht mehr möglich. Und genau das ist das, wovor sie sich am allermeisten fürchten. Das ist die Transparenz. Und ich denke, das ist auch wahrscheinlich ein Problem, aber eine Herausforderung und wahrscheinlich der Grund, wieso das jetzt zum Beispiel nicht erfolgreich war. Weil es ist bahnbrechend und es ist aber gleichzeitig auch gefährlich und vielleicht noch gar nicht gewollt. Ja, und da sind wir jetzt wieder bei Q und bei dem, was du bisher gesagt hast. Wenn das jetzt auf breiter Basis Unterstützung erfährt, durch Geldgeber, durch große Unternehmen, die jetzt gegründet werden dürfen, etc., dann sehen wir auf der anderen Seite, dass diese Zeit gekommen ist. Inzwischen? Nein, ich hatte zuerst ein Meeting mit Rafi. In unserem Rafi. Ja. Der hat ja eine super Webseite und auch das Thema dort, ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast, aber das ist ja in Österreich und Deutschland eine Webseite, wo sich IT-Spezialisten beziehungsweise Arbeitnehmer und Arbeitgeber treffen und der Arbeitgeber, der darf so transparent wie irgendwie möglich sein. Das sind 14 Kategorien. Als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, wow, genau so ist es. Klarheit schaffen, dann hast du auch nur noch qualifizierte Bewerbungsgespräche. Absolut, ja. Das ist ein schöner Ansatz, ja. Genau. Genau. Und er will in der Schweiz Fuß fassen und dann haben wir uns die Konditionen angeschaut und mein Makler, Freund, der Claudio, der ist der Befrühen im Personalwesen gewesen und der hat gesagt, das braucht eine Konzession, die kostet 50.000 und wir dürfen eine GmbH gründen, die kostet auch 25.000. und dann habe ich gesagt, ja, ich kann das nur machen, wenn der Daniel und die Christine irgendwie da... Natürlich, aber lieber Melik, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn die Plattform in Österreich oder Deutschland gehostet wird und Schweizer trotzdem sich dort anmelden? Dann wird er keine schweizerische Konzession brauchen. Nein, der Arbeitgeber, der eine Stelle ausgibt, der darf das nur in der Schweiz machen. Der darf das nicht auf einer Plattform in einem anderen Land tun? Wer verbietet ihm das? Die SECO. Das ist irgendein Amt, das da überprüft und die Strafen, die sind bis zu 40.000 Schweizer Franken. Also Hans Kielsen verbietet es. Genau. Jetzt haben wir einen Namen. Ja, richtig, ja. Der Hans. Der Hans verbietet es. Genau. Mit dem fingierten Recht. Ja, und daraufhin habe ich dann nach dem Gespräch mit dem Rafi, ich wusste noch nicht, dass der Daniel mir schreibt und sag es mir schnell. Der Rafi hat aber gesagt, dass wir eben auch für den Vertrieb zuständig sind. Habe ich den Lasko angerufen und andere Freunde und die haben mir ihre Vertriebsprodukte präsentiert, eben der Lasko mit einem MLM und der andere mit einem in Spitex. Spitex bei uns in der Schweiz ist, dass du Spitalhelfer und so weiter, pflegebedürftige Pause kriegst und dort die Menschen gepflegt werden. Und ja, er hat etwas im Pflegesegment, wo wir hätten Geld verdienen können. Es klingt wirklich sehr lukrativ, aber ich habe mir dann gesagt, ich habe dir jetzt dann fünf Themen auf dem Tisch und dann habe ich einfach gesagt, so, ich darf mich jetzt einfach konzentrieren. Wir machen das mit der Rechtshilfe und deshalb auch eben die Frage, der Marcel, dem lasse ich ja das Meeting heute. Da hat er sicherlich genug Stress und dann einmal in der Woche, jetzt habe ich ihn zwei Wochen hintereinander für ein bis zwei Stunden gesprochen und ich kontaktiere ihn nochmals und frage, ob er uns, ich zeige ihm dann die Rechtshilfeseite und frage ihn, ob er uns dort eine Hilfe der Hand bieten kann, weil, wenn das ins Rollen kommt, dann können wir uns selber finanzieren. Dann könnten wir halt eben auch das mit dem RAFI machen, weil ich sehe das eben im Cabinet drinnen, das ist nämlich das Personalwesen, das wir Forschung betreiben können mit Klarheit schaffen etc., wie das dann aussieht und dann können wir dann die nächsten Plattformen angehen und das ist so der nächste Schritt, das mache ich nach unserem Go. Sehr schön, ja. Ja, also ich habe dann im Rahmen meines Vortrags am Ende auch gesagt, wenn es irgendwelche Webprogrammierer gibt, Leute, die diese neuen Tools ausprobieren wollen oder uns unterstützen wollen, gerne auch gegen Bezahlung, wenn dann Rechtshilfe Erfolg hat, ich habe das also nicht auf den Folien gehabt, aber mündlich erklärt und vorgetragen, dann sollen Sie sich über unser Mitwirkerformular einfach melden. Den Link und den Screenshot, den habe ich gezeigt auf den Folien und ja, jetzt warten wir einfach, wie es weitergeht und was sich da ereignet. Wie gesagt, ich werde dem Nacell nochmal fragen, ob er mir in maximal einer Stunde das Tool erklären kann mit den Werkzeugen und wie das funktioniert, denn ich werde das dann auch in die Konzeption von Währungsalternativen, muss man sozusagen, berücksichtigen. Ich werde etwas konzipieren, wo wir einen gleitenden Übergang ins gar nicht mehr Geld finden. Das ist entspannt. Also, ich sage es dir ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob wir darüber diskutiert haben, aber ich habe, nein, haben wir noch nicht. Letzten Mittwoch habe ich, nachdem er mit dem Chris telefoniert hat, habe ich ihn mir auch noch kurz geschnappt, als er da in der Hotel-Lobby war und haben dann schnell eine eineinhalbständige Session gemacht. Beim ersten Mal habe ich ja StarConnect präsentiert, das zweite Mal hat er seine Vision erklärt, beziehungsweise wie er gestartet ist, 2002, als er ja mit ein paar 98 Prozent vom Markt erobert hat und wie das System dann an die Wand gefahren wurde. Ich habe ihm dann gesagt, dass wir ein Buch am Schreiben sehen, was ins System gehört, das aus dem Fehlern lernen. Da hat er immer wieder darauf verwiesen, da hat er gesagt, hey, hier kommt jetzt noch eine Geschichte und dann hat er wieder etwas Unglaubliches erzählt. Sehr spannend, der Weg, den er jetzt da gegangen ist. Er hat gesagt, er hat zehn Jahre gebraucht, um das wieder aufzubauen. Mich würde wundern eben, wie das Ganze jetzt, ja, wie groß, dass sein Staff ist, etc. dass der Chris dabei ist und der ist sich jetzt am Einarbeiten in die ganze Thematik und wartet aber ab, was für eine Kooperation das wir machen. Ja, wunderbar. Ja, ich freue mich drauf, auch auf dieser Ebene dann wieder mit dem Chris kooperieren zu können. Ja. Das ist sicher interessant, ja. Was wollte ich jetzt damit sagen? Ah, doch, 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 doch. Genau, und er hat mir dann das System nochmals präsentiert, das Dahl und diese Plattform und was sie für Elemente hat und ich bin dann richtig abgegangen in meinem Kopf, weil da ist meine Vision, die ich jetzt seit über zehn Jahren habe, auf die Technik gestoßen, die das Ganze ermöglichen kann. Das eine ist, dass ich, da bin ich abgegangen quasi mit dir, mit dem Cupnet und das ist zurzeit noch ein theoretisches Konstrukt, wo wir noch nicht genau wissen, da haben wir nur ein paar Bausteine dafür, richtig, aber nicht eine größere Anwendung, stimmt. Genau, wir haben Surreal-DB, wir haben Obsidian, dass das Ganze ein bisschen verständlich machen kann. Das mit den Fraktalen, das habe ich super genial gefunden, weil dann hast du das Obsidian, wo du in den jeweiligen Themen immer tiefer in den Kaninchenbau gehst und für uns ist es wie, wenn du weiter in den Kaninchenbau gehst, aber dargestellt ist eigentlich alles relativ auf eine Ebene, aber es verweist halt auf gewisse Themen, oder? Das ist in Wirklichkeit, wenn ich da mal eine Zwischenbemerkung machen darf, auch schon wieder in Zugang zu den Objekten, zur Objektorientierung. Genau, genau. Und er hat mir dann das so wie ein Dashboard gezeigt und das ist eigentlich genau das, wo wir jetzt zum Beispiel bei der Rechtshilfe am Umsetzen sind. Ich weiß nicht, ob du das Video von der gestrigen Videokonferenz angeschaut hast. der Jan, der ist ja den Arbeitsplatz, also wir nennen das Arbeitsplatz, bei Rechtshilfe am Klackern. Das schüttelt man das besser auf Deutsch. Ja, finde ich gut. Genau. Und er hat das gestern gemacht, beziehungsweise präsentiert und das sieht wirklich schön aus. Und wenn man verstanden hat, was Dahl ist, also zumindest vermeintlich von meiner Seite, dann wirklich passt das alles wie die Faust aus Auge. Ich weiß nicht, ob du die Serie Expand kennst. Ja. Habe ich dir auch schon. Habe ich mir mal angeschaut. Die haben ja so ein Handheld, was so ein bisschen durchsichtig ist. Und ich sehe zum Beispiel eben dieses ganze Konstrukt, Konglomerat an Ideen und Visionen und Technik und was weiß ich, in diesem Handheld. Und ich bin da richtig abgegangen. Der Marcel, der hat wahrscheinlich gedacht, oh, der meint mein System, aber es ist wie alles miteinander. Und das hätte ich gerne präsentiert. Ich hätte gerne eine Präsentation gemacht. Ich bin auch einen Finanzplan am Erstellen gewesen aufgrund der Anweisung. und dann wurde mir dann der Wind aus den Segeln genommen. Haben sie dir gesagt, ungefähr, wann du dich melden kannst? Nein, ich habe dir eins zu eins weitergeleitet. Und auf mein Schreiben hat er nicht geantwortet. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie einiges zu tun haben. Aber dann hast du, meiner Meinung nach, und nicht, um persönlich zu werden, an diesem Meeting nicht rüberbringen können. Dann haben sie es nicht verstanden, um was es geht. Und dann darf ich dann halt die Chance nutzen, wenn ich bei ihnen bin. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es jetzt nur noch diese Woche ist, dass sie nächste Woche dann Zeit hätten. Ja, weißt du, das ist wieder eine Karotte für mich. Ja, Karotte, natürlich. Alles, was auf der Zeitachse in der Zukunft liegt, kannst du als Karotte sehen. Genau, weil ich brauche jetzt die Lösungen und diese Energie, die jetzt in mir ist, diese Unzufriedenheit, die darf ich kanalisieren in wieder etwas Konstruktives. Wir haben gestern im Meeting die Köpfe zusammengesteckt, den ganzen Tag eigentlich. Ich habe gestern mit dem Chris eine Stunde gesprochen, ich habe mit dem Björn zwei Stunden gesprochen, ich habe mit dem Björn eine Stunde gesprochen. Und wir haben gute Ideen, der Björn und ich zum Beispiel. Wir werden zusammensitzen und Shorts generieren. Das heißt, nicht nur aus unseren Podcasts heraus, sondern dass wir zum Beispiel gute politische Reden oder zum Beispiel das, was du jetzt gebracht hast mit dem Hans Kelsen, dass wir dieses Zitat bringen und vielleicht umkehren und sagen, so sieht ein Ergebnis aus bei solchen Zitaten. Dann sehen die Vogue-Agenda und die Politiker, die machen, was sie wollen. So ist es, ja. So, dass wir mit Shorts auf diesen Podcast aufmerksam machen. Das andere, was ich mit dir anschauen will, da hast du gesagt, wartest du auf eine Antwort wegen einer achtsamen Runde. Ja, also ich habe da schon eine Antwort erhalten. Also die Claudia und der Kasper, die wären bereit, mit denen müsste ich mir nur noch einen Termin verhandeln. Das sind diese Dianetik-Experten. Und mit dem Dr. Martin Steiner kann ich mir auch einen Termin ausmachen. Da müsste ich dann nur in meinen Kalender schauen. Das mache ich dann nach unserem Meeting. Wahrscheinlich irgendwann, wenn du möchtest, schon in der nächsten Woche oder in der übernächsten. Also ich möchte gerne das so schnell wie möglich machen, weil... Ja, wirst du das dann mit Skype oder mit Zoom aufnehmen? Skype die letzten Mal. Also Zoom, da haben wir... Ich habe keine Lizenz. Ja, ich habe auch keine. Da ist das dann eben zeitig begrenzt. Dann nehmen wir lieber Skype und ich werde mich mit dir noch absprechen. Welche Uhrzeit ist dir denn normalerweise am liebsten? Ich stehe voll zur Verfügung. Du stehst voll zur Verfügung. Wunderbar, dann mache ich mir das mit Claudia und Kasper für die nächste Woche aus, einen Termin. Also ich weiß nicht, was die für eine Downline haben, aber vielleicht gibt es andere, die sehen, was da jetzt da für Potenziale sind. Ja. Ein Thema zu... Das eine, das ist die achtsam. Weißt du, ich möchte, wir lancieren nur einmal in der Woche. Ich meine, wahrscheinlich sind wir der einzige Kanal, der so etwas macht, der irgendwie bald tausend Abonnenten hat, der nur einmal in der Woche etwas lanciert. Und ich denke, dass die Leute dabei sind, weil sie halt einfach Fan von der Grundidee sind und dass wir halt eben Lösungen präsentieren. Und das eine, dass wir dann halt... Ich habe mir gesagt, es wäre schön, wenn wir jeden Tag etwas reinstellen können. Und die Frage ist zum Beispiel, was? Und das eine ist, wir haben am Freitag den achtsamen Dialog. Ich weiß nicht, an welchem Tag, dass du die achtsame Runde lancieren willst. Ja, weißt du, ich habe das schon gesagt, für mich ist das nur möglich einmal im Monat. Ich weiß schon, was du meinst, aber es geht darum, an welchem Tag. Es geht nicht darum, das kontinuierlich zu machen. Vielleicht kann man das auch einfach nur sporadisch reinhalten. Das andere ist zum Beispiel, dass man Shorts macht, wo man reinhält. Ich habe vorhin gerade noch eine Idee gehabt, die wir gestern besprochen haben. Ah, jetzt ist es mir entfallen. Ah, genau, dass man ein bisschen interaktiver ist mit den Leuten. Zum Beispiel, dass man sie dann fragt, zum Beispiel, hast du eine Publikumsfrage oder so? Ist übrigens eine reingekommen. zur Zeit immer noch vom Gleichen, aber ich werde noch einen Aufruf machen und ein Formular zur Verfügung stellen, wo die Leute eine Frage reinschreiben können. Dann wird es ein bisschen interaktiver. Es wurde die Anfrage gestellt, ob wir von allen mitwirken, die bis jetzt dabei gewesen sind, auch die, die in der Umsetzungsgruppe sind, dass wir einen Chat machen, dass man zum Beispiel Arbeiten oder Projekte vergeben könnte an Leute, die interessiert sind und halt einfach, dass die Leute sich austauschen können und ich sage jetzt mal, nicht verloren gegangen sind, dass man weiß, hey, ihr seid nicht vergessen worden oder so, dass das eine Artwürdigung ist. Was ich noch nicht machen will, ist ein Diskussionschat, der öffentlich ist, weil ich habe echt keine Zeit, um das Ganze zu administrieren. Falls jetzt da Trolle dabei sind und so weiter. Ja, absolut. Genau, das sehe ich auch so. Ja, aber wenn du sagst Shorts, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich jeden Tag, sei es zeitig in der Früh, zwischen sechs und sieben oder am Abend, spät am Abend, bevor ich ins Bett gehe, so drei bis fünf Minuten irgendwas kurz in die Kamera spreche zu einem Thema, zu einem aktuellen und wir das dann täglich reinhalten. Das wäre für mich kein besonderer Mehraufwand. Also ich habe da so ein Tool installiert, mit dem ich sowas machen kann. Das ist das OBS Studio. Ja, das habe ich auch. Genau, mit dem kann ich solche Shorts von fünf Minuten aufnehmen und dann haben wir vielleicht jeden Tag eine Kleinigkeit, die wir... Shorts, die gehen, glaube ich, maximal eine Minute, aber in einer Minute kannst du super viel... Ja, oder auch in zwei oder drei Minuten, nicht sagen wir Obergrenze fünf Minuten. Ja. Einfach ein Statement zu irgendeiner aktuellen Nachricht, die man dann im Rahmen des Statements vielleicht mit unseren Zielsetzungen und Visionen verknüpfen kann. Das ist gut. Wir haben das ja noch nicht gemacht, das darf noch entstehen, da dürfen wir jetzt konzipieren und besser werden in dem, was wir tun. Sehr gerne. Schick mal etwas rein und ich schaue, was ich damit mache. Ich werde heute Abend das erste Mal sowas machen, wenn es dir recht ist. Bevor ich ins Bett steige, mache ich einen Short und schicke vielleicht noch zwei, drei Links. Soll ich dir dann in den achtsamen Dialog? Weißt du, was ich so ein bisschen... Also eine Admin stellen oder... Weißt du, wenn du es mir privat checkst, dann ist es nicht für einen achtsamen Dialog und wenn du es in die achtsame Admin schickst, dann weiß ich, ah, das darf ich mit hineinnehmen in den Podcast. Dann schicke ich sie in den achtsamen Admins. Was ich mir zum Beispiel vorstelle ist, bei all den Themen, die wir kriegen, da kann ich relativ schnell in meinem Schneid-Tool zum Beispiel, du sagst zu irgendeinem Thema, zum Beispiel ein Video von einem AKD-Politiker, der etwas sagt oder auch zum Beispiel eine Nancy Faser, die etwas sagt oder einen Bezug darauf oder zum Beispiel Iran-Israel-Krieg irgendetwas oder zu einer Technologie, die jetzt rausgekommen ist, etwas und dann kann ich das zusammenscheiden. Vielleicht gebe ich auch noch meinen Senf auf der Tonspur dazu. Keine Ahnung. Weißt du, lieber Melik, was ich auch noch gerne ein bisschen ausprobieren wollte, weil Telegram gibt uns ja immerhin die Möglichkeit, das wären so Umfragen. Welche? Ja, wenn wir schon beim Thema sind, was sich da sehr ergiebig anböte, das wäre diese Grundprämissen sowohl der Anthroposophen, ja, also das Geistesleben, das Rechts- und das Wirtschaftsleben mit Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, ja, und zugleich aber auch die Hinterfragung der reinen Rechtslehre von Hans Kielsen. Ja, ist ein, ein, also ist Gerechtigkeit operational definierbar, können wir das Gefühl, das Gerechtigkeitsgefühl, das sicher von der Kultur der Menschen, von ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Religion, ja, ihrer sozialen Programmierung abhängig ist, können wir das ausreichend operationalisieren, um es zu einer tragfähigen Grundlage eines Rechtssystems, das dann letztlich ja wieder allgemeingültig sein soll. Ich habe da nämlich auch meine begründeten Zweifel, nicht, weil Kielsen sagt, Gerechtigkeit ist keine daugelige Grundlage für ein Rechtssystem. Ja, da muss ich ihm ganz ehrlich sogar zustimmen. Aber was ist es dann? Meiner Meinung nach, das ist jetzt meine Vermutung und als solche zum Unterschied von der Fiktion von Kielsen ist das widerlegbar. Meine Vermutung geht dahin, dass es Transparenz ist. Wenn ich Gerechtigkeit, weil es zu sehr emotional bestimmt ist, nicht zur Grundlage machen kann, dann kann ich allenfalls die Transparenz zu einer Grundlage erheben und die Transparenz mit einer Kontrolle durch die Öffentlichkeit und da muss man dann natürlich auch wieder sagen, durch eine qualifizierte Öffentlichkeit, also durch Menschen, die da zum Beispiel auch wirklich kompetent sind. Was ich überhaupt nicht aushalte, das ist die Situation, dass Menschen, die, wenn man der Politik glauben will, vielleicht demnächst nicht einmal mehr schreiben und lesen können, in Parlamenten sitzen und ich frage mich ganz ehrlich, den Vorschlag hat es ja in Deutschland wirklich gegeben. Wie kann jemand, der Analphabet ist, im Parlament, wo er Gesetze beschließen muss, die er dann, nicht nur, weil er keine Zeit hat und weil die überschüttet werden mit diesem Material nicht lesen kann, sondern die er faktisch als Analphabet auch gar nicht lesen kann, wie soll er über die dann abstimmen können? Hat dann jeder Bundestagsabgeordnete als Analphabet einen von Steuern bezahlten Vorleser? Das hätte man schon gerne als Frage gestellt. Also das Traurige ist, es gibt ja einen Ausschnitt aus dem Parlament, wo einer sagt, dass sogar Migranten im Parlament erlaubt sein dürfen und man im Parlament, dass es nirgendwo geschrieben ist, dass man eine Ausbildung haben soll. Also das hat mit Rationalität, mit Besonnenheit aber nichts mehr am Hut. Lieber Melik, du erinnerst dich vielleicht noch an dieses kurze Video, das wir einmal im Rahmen unseres Dialogs auch reingestellt haben, von dem Syrer, der in Deutschland der erste migrierte Bürgermeister wurde. Ein traumhafter Mensch, der spricht die Sprache fließend, der hat sich komplett integriert und eingearbeitet und der nimmt seine Funktion im Interesse seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger so wunderbar wahr, wie man es sich auch von Inländern, die von hier geplant haben, also gegen solche Migranten in einem Parlament oder in einem Gemeinderat oder eben als Bürgermeister ist überhaupt nichts einzuwenden. Ich muss sagen, da danken wir in der Tat für solche wertvollen Menschen. Aber wenn ich davon ausgehe, dass das jetzt dann Analphabeten sind, die die Gesetze, die sie eigentlich prüfen und über diese abstimmen sollen, dann faktisch gar nicht lesen können, dann frage ich mich schon, wie soll ein Parlament dann überhaupt noch funktionieren? Die, die diese Anfrage stellen oder diesen Antrag stellen, wissen die überhaupt, wie ein Parlament funktionieren soll? Scheinbar nicht. Ich glaube, das wissen nicht mal gewisse Politiker, die dort drin sind. Ich habe mal, ja, nein, da gehe ich jetzt nicht ins Detail hinein, aber ich habe doch, ich habe mal einen gefragt, einen ziemlich intelligenten Jungen, wie er dann, ich sage jetzt mal, eine Demokratie, ein Parlament führen würde. Wie würden Wahlen stattfinden? und der hat dann gesagt, dass du, die Wahlen, die würden auf einer Blockchain stattfinden und du kannst dich nur für diese Blockchain qualifizieren beziehungsweise Fragen erhalten auf dieser Blockchain, wenn du zehn Fragen, was die Kernkompetenz dieser Wahl anbelangt, dass du diese richtig beantwortest und sonst qualifizierst du nicht. Dann hast du auch nicht das Recht, wählen zu dürfen und meiner Meinung nach gehört das mitunter zu dem Thema, was du gesagt hast mit der Transparenz. Du darfst, du musst, du weißt, ich bin kein Freund von müssen, aber irgendwo darf es Prämissen geben, Grundvoraussetzungen und du musst qualifizieren, wenn der Kapitän auf einem Schiff krank geworden ist, dann sind nicht alle zusammengekommen inklusive des Deckschuppes und haben jetzt gesagt, wo kehren wir jetzt hin, sondern das haben Qualifizierte oder zumindest nahensgehend qualifizierte Leute gemacht, zum Beispiel ein Stellvertreter oder so. Das ist zum Beispiel das, was ich den Größen immer angeprangelt habe, dass sie keinen Stellvertreter hingestellt haben und dann spekuliert werden musste über ein Buch, das der Erfinder nicht mal selber geschrieben hat. Ich weiß, worauf du anspielst, ganz genau. Genau, und deshalb haben wir eben das Cupnet und wenn wir da quasi eine Blockchain machen mit Kontrakten, mit Überprüfungen etc., dass nur die Qualifizierten, dass die, die dann gewählt werden, dass die Ziele gesetzt kriegen und wenn diese nicht erreicht werden, dann haben sie automatisch ihren Posten verloren, die kommen dann nicht mehr ins Präsidentenzimmer hinein, weil Blockchain das halt einfach nicht mehr zulässt. Dann müssen Neuwahlen getroffen werden, Heilurteile oder Interims einen Präsidenten gewählt werden, weil der derzeit inkompetent ist, weil er einfach seine Ziele nicht erreicht hat. Ja, weißt du, Melik, ich würde ganz gerne meine Gruppe Kooperativer Individualismus ein bisschen aktiver gestalten. Das wollte ich auch schon, ja. Damit die Leute ein bisschen was aus Eigenem auch beibringen und nicht nur wieder einen Link, wollt ihr Gesundheitsartikel kaufen, ja, oder im blödesten Fall kauft irgendwelche Kryptowährungen, die fliegen sowieso alle raus, die da kommerzielle Angebote machen, aber es reicht auch, wenn der Klaus Glatzl oder andere da auch wieder nur ihren eigenen Kanal bewerben, solange das nichts ist gegen Bezahlung, dürfen sie gerne drinnen bleiben, aber wenn das irgendwann die Toleranzgrenze, die Schmerzgrenze würde ich sagen, überschreitet, werde ich mir da auch Schritte überlegen, ja. Weißt du, das Ding ist, und darüber haben wir schon mal gesprochen und ich sogar im Kanal und deshalb bin ich dann auch rausgegangen, weil keine Kooperation stattfindet, einfach nur Dinge reinzustellen und keine Diskussion zu führen. Es finden ein paar Diskussionen statt, aber meiner Meinung nach viel zu wenig und deshalb verstehe ich sehr gut, wenn du das interaktive gestalten kannst. Ich werde mir das mal anschauen, vielleicht schaffe ich das auch selbst, da so eine Umfrage mal zu starten. Das ist ganz einfach. Ja, ich schaue mir das an, das findet man sicher im Internet, denn ich kann mir vorstellen, wir sollten wirklich jetzt repräsentativ, mein Gott, das sind 800 Leute, aber wenn da möglichst viele wirklich mitmachen, nach der Frage, brauchen wir überhaupt allgemein gültige Gesetze? Wo sind wir stehen geblieben? Dass du einen Chat machen willst, eine Umfrage. Eine Umfrage im Chat, ja, ganz richtig, das mache ich heute Abend und einen ersten Short lasse ich dir auch zukommen. Ganz rechts oben kannst du auf die drei Punkte gehen und dann hast du gleich Umfrage erstellen. Aha, okay. Du kannst keinen langen Text reintun, den würde ich vorgängig reintun und dann die Umfrage starten. Danke, das ist eine sehr gute Idee, so werde ich es machen, ja, richtig. Weil, weißt du, ich denke mir, höchst wahrscheinlich ist es, wenn wir an die Zukunft denken, in unseren Gemeinschaften, gar nicht notwendig, allgemeingültige Gesetze, die mit einem Zwang versehen sind, zu erschaffen, denn alles, was wirklich notwendig ist, ist, in einer Gruppe im Großen und Ganzen harmonisch gleichgestimmter Menschen die Kommunikation sicherzustellen, dass wir also ausreichendes Verständnis aufbauen, um sinnvoll und erfolgreich kommunizieren zu können. Dann reicht darüber hinaus ein einfaches Vertragsrecht und ich glaube, da muss ich mich noch genauer informieren, dass das ohne dies das Common Law sein kann. Also, ich verstehe dich voll und ganz und das, was dann sehr oft sehr schnell kommt, wie zum Beispiel beim Codex, den wir aufgestellt haben, da steht, dem Fleißigen stets die Türe zur Freiheit und Glückseligkeit offen lassen. Sonst sagst du, das ist vernünftig, das ist besonnen, weil nur die Fleißigen, die erzeugen auch etwas für einen Mehrwert und so weiter und dann kommt aber die Frage, was ist mit denen, die nicht fleißig sind? Jetzt hast du ein paar Prämissen in den Raum gestellt, wo du sagst, ja, das ist besonnen, die Leute sollten das sein, was ist mit den Leuten, die das nicht wollen, das ist das eine und was machst du aber mit denen, die das nicht können, die so verwehrt sind, dass sie das einfach nicht können? Schau mal, lieber Melik, es ist im Prinzip ganz einfach. Was wir da benötigen für unsere Statuten ist ein Kommentar. Wie bei jedem Gesetz brauchen wir eine ausführliche Beschreibung, was die eigentlich die einzelnen Begriffe bedeuten. Was bedeutet jetzt zum Beispiel fleißig? Ich sag dir mal, wenn jemand krank ist und er war einmal fleißig oder er hat die Absicht, dann wieder fleißig zu sein, wenn er gesund ist, dann ist er sowieso auch ein Mitglied von uns. Oder wenn jemand zu alt und schwach ist und bestimmte Dinge nicht mehr tun kann, dann wird er wahrscheinlich aus eigenem Interesse sich danach umsehen, was es sonst in seiner Macht. Kann er Kindern Gute-Nacht-Geschichten vorlesen oder kann er auf den Hund vom Nachbarn aufpassen? Ich weiß es nicht. Also der Begriff fleißig muss eben bestimmt interpretiert werden. Ich weiß, ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute abschrecken kann, weil wenn du zum Beispiel daran denkst, wie gerade Mao die Intellektuellen umgeschult hat, die mussten von den Bauern lernen und am Feld arbeiten, so kannst du fleißig auch interpretieren. Auch das kannst du sagen, nur die Fleißigen dürfen dann im Arbeiter- und Bauernparadies leben, indem sie sich fleißig zeigen, indem sie dann die Felder umgraben mit der Hand. Das ist alles, diese menschlichen Begriffe, diese Wörter, die sind viel zu mehrdeutig, um das wirklich zu transportieren, was wir kommunizieren wollen. Das ist bei jeder Norm und bei jeder Regel ist das die latente Gefahr. Aber wenn man das vorlebt, dann wird die Gefahr stark reduziert, weil dann sehen sie es ja an den Menschen, die das tun oder versuchen umzusetzen, was es bedeuten kann. Weißt du, was es bedeutet? Es gibt einen Indianerstamm. Bei denen ist es so, dass die sich einmal im Jahr treffen und dann müssen die einen Ausdruck von ihrem Bankkonto bringen. Und die zwei, nehmen wir an, es sind neun Leute. oder es sind immer die Führer der Familie und es ist immer der Mann. Und wenn es eine Frau ist, heißt das, dass sie nicht verheiratet ist. Okay. Und das zeigt dann immer, okay, die darf sich noch vermählen. Aber das ist so nebensächlich. Die zwei, die am meisten auf ihrem Konto haben, die müssen die Siedlung verlassen. Das heißt es, nicht fleißig genug zu sein, weil sie einfach zu wenig hergegeben haben, weil sie zu viel auf ihrem Konto haben. Spannend, oder? Das ist natürlich spannend. Aber weißt du, das ist eben, das kannst du auch wieder als Fleiß interpretieren. Das sag ich ja. In Wirklichkeit jetzt hinterfragen, was sind dann die Quellen, also was sind die Einkommensquellen dieser zwei reichsten. Ja, weil wenn die zum Beispiel Wohnungen vermietet haben, ja, oder Zinsen für ein Kapital aufgelaufen sind, dann hat das mit Fleiß genau gar nichts zu tun, aber umso schlimmer ist es, dass sie davon dann der Gemeinschaft nicht gegeben haben. Ja, genau. Aber in letzter Konsequenz, lieber Melik, möchte ich mahnend den Finger erheben, denn wo sind wir denn, wenn wir diesen Gedanken konsequent weiterverfolgen, ob du es glaubst oder nicht? Das, was dann da im Raum steht, nennt man Steuern. Ja? Das sind dann Abgaben. Abgaben, die ein Individuum für die Gemeinschaft leistet. So wird uns das immer erzählt. Und ab dem Moment, wo wir das wo auch immer hin überweisen oder einzahlen, wissen wir nicht mehr genau, was damit geschieht. Nicht? Also der Gerechtigkeitsgedanke, darum sage ich dir ja, der Gerechtigkeitsgedanke ist ein zweischneidiges Schwert. Du läufst sehr gern in die Falle wieder einer Zwangsnorm oder einer zwanghaft durchzusetzenden Regel hinein. Ja, also das mit den zwei reichsten, die auszuschließen, halte ich ganz ehrlich für keine gute Idee. Es war nur ein Beispiel, was es da draußen für Praktiken gibt. Und genau das wird Kappnet eben auch ein sehr spannender Ort sein. Weil dort, weißt du, ich weiß nicht, letztens habe ich auch wieder irgendwo irgendeine Lösung gesehen. Und das ist einfach eine Lösung. Und von denen wird es ganz viele geben. Ich habe keine, ganz ehrlich, lieber Franz, ich habe keine Lust zu entscheiden. Ich möchte nur diese Plattform zur Verfügung stellen und das in der Bestmöglichen. Und wenn ich es selber finanzieren kann, wenn ich selbst ein Interessensantragsteller bin, dann werde ich entscheiden und ich werde sagen, wir haben eine Vogelwarte und sie wird hier keine Katzen geben. Das ist gerade mal so weit, wie ich sehe. Weißt du? Ja doch, genau. Gestern habe ich gesehen, ich weiß nicht, wie diese Siedlung heißt, aber dort wird gesagt, dass du zwei Grünstücke hast und dass die Grenzen, dass diese für irgendetwas Öffentliches sein wird. Und da sage ich, okay, das ist eine Möglichkeit. Vielleicht gibt es Orte, wo du nichts Öffentliches dazwischen haben kannst und dann hast du vielleicht, wie es die Anastasia gesagt hat, einen lebendigen Zaun und dann hast du Bäume und Sträucher, weil die Sträucher, die sorgen dafür, dass wenn starke Winde wehen, die Bäume nicht kaputt gehen, etc. Ich zum Beispiel wäre ein Freund von Jasmin. Ich habe zum Beispiel einen Jasminstrauch bei mir. Ich wusste gar nicht, dass das bei uns wächst. Ja, das haben wir auch, ja. Genau. Hier bei meinem Haus und am Waldsee haben wir auch Jasminstraucher. Duften wunderbar, wenn sie blühen. Genau. Und die Zeit ist gerade vorbei. Und dann kannst du wunderbaren Tee machen, weißt du, du hast halt einfach Nutzpflanzen, etc. Und dann besteht halt einfach die Möglichkeit, wie wir das gemeinsam pflegen. Der eine auf der einen Seite, der andere auf der anderen. Und dann gibt es noch etwas, was wir gemeinsam machen können, dass man sich dort zum Beispiel unterstützt oder was weiß ich. Da braucht es natürlich wieder Kommunikation. Und da siehst du eine Prämisse, die darf sein, man muss miteinander kommunizieren können sollen oder wie du das... Sonst geht das nicht. Kommunikation ist das A und O. Das heißt nicht, dass man jeden Abend zu einem anderen rüber geht und einen Eistee trinken muss oder was weiß ich, sondern einfach die nötigsten Dinge. Und... Das sehe ich genauso, Melik. Da sind wir wieder ganz in Harmonie. Wenn es ein Gesetz gibt, dann meiner Meinung nach die goldene Regel und zwar die konstruktive Form davon. Richtig. Ja. Darüber haben wir schon ein paar Mal besprochen. Ich finde sie so dermaßen wichtig, dass ich sie schnell wiederhole. Die offizielle heißt, behandle andere so, wie du gerne behandelt werden willst. Und ich finde das... Das faschistische ist das falsche Wort, aber ich möchte niemandem etwas aufzwingen. Gemäß diesem Satz ist es, wenn ich ein Hippie bin und zu Besuch bei dir zu Hause bin, dass ich mich wie ein Hippie verhalten darf. Und das darf nicht sein. Das würdest du nicht wollen. Zumindest umgekehrt fände ich es nicht toll. Dann bist du genau einmal bei mir gewesen. Aber der umgekehrte Fall und zwar, was du nicht willst, dass man die tut, das füge auch keinem anderen zu. Ja. Das ist, dass ich zu dir nach Hause komme und nach deinen Gepflogenheiten frage und dann verhandle ich... Konfliktfreie Form haben wir es genannt. Richtig. Ja, genau. Das ist konfliktfreie Form. So. Und das ist meiner Meinung nach eine Prämisse, die ich sein darf. Du hast gesagt, ich weiß nicht mehr, wie du es gesagt hast, ich würde sagen, die gleiche sind sich treffen, weil dann ist es nicht Hippie mit Anwälten, sondern Hippies untereinander und Anwälte untereinander. Absolut. Genau. Richtig, ja. Und dann hast du auch weniger Konfliktpotenzial. Ganz einfach. Ja, das ist ja genau der Sinn dieser Gliederung. Absolut bei dir. Also ich denke, wenn wir ein solches Verständnis schaffen, dass die Menschen wissen, dass nur der Mangel in 90 Prozent der Fällen der Auslöser von Konflikten ist und dann natürlich das Aufzwingen persönlicher Sichtweisen und Meinungen, Religionen, politischer Ideologien, was auch immer, da können wir viel dranhängen. Ich respektiere das, wenn ein Mensch so etwas hat, so eine Sichtweise und ich bin wirklich der Allerallerletzte, der versucht, andere zu missionieren. Was ich versuche, anderen beizubringen und vielleicht bin ich da schon ein bisschen ein Missionar, das ist diese goldene Regel von Kant. Wage es, dich deines freien Verstandes zu bedienen. Sapere Aude. Dieses Sapere Aude. Also benutze deinen möglichst unverfälschten Verstand, um auch dann selbst für deine Handlungen Verantwortung übernehmen zu können. Ich finde das wirklich super. Das gehört nämlich in die Kategorie hinein, die Menschen zu entwirren. Dass sie nämlich, weißt du, du hast vorhin gesagt Mangel und ich nehme an, so wie du es formuliert hast, dass du den physischen Mangel meinst. Aber ich denke, der viel wichtigere Mangel ist der psychische Mangel. Und zwar der Mensch, der will Aufmerksamkeit und Anerkennung, noch bevor er die Grundbesürfnisse der Pseudo-Maslov-Pyramide. Und wenn wir den Menschen beibringen, dass sie viel glücklicher werden, wenn sie dieses nicht im Außen, sondern im Inneren suchen, dann haben wir schon gewonnen. Wenn jeder ein Kultivierter ist und sich selbst reflektiert und den Mangel selbst ausgleichen kann und nicht das im Außen suchen zu müssen, das ist natürlich eine Herkules-Aufgabe. Aber wenn wir das in der Gruppe machen, ist es viel, viel einfacher, als wenn man das alleine tun muss. Und deshalb braucht es die gleichen Sinten, die an diesem einen Strang ziehen. Und wenn wir das lösen, dann wird alles obsolet, weil letztes Mal haben wir darüber geredet, in der Fülle zu sein. Und ich sage, die Fülle ist eigentlich nicht die Lösung, sondern eigentlich mit wenig auskommen zu können. Das ist tugendhaftes Verhalten, das ist die Mäßigung, das ist das deutsches Denken, dass man mit wenig zufrieden ist und nicht jetzt einfach alle Geilheiten auf diesem Planeten haben muss. Melik, ich glaube, wir werden uns das Beste aus beiden Welten nehmen. Das ist das Optimum, okay? Da bin ich bei dir. Wir werden uns mit Genügsamkeit und Zufriedenheit dort über Wasser halten, wo es die Fülle noch nicht gibt. Dann sind wir zumindest in einer Ausgeglichenheit, also in einer gefühlten Fülle. Und später mit der richtigen Technologie darf jeder selbst entscheiden, wo er mehr haben will und wo mit dem, was er bisher hatte oder auch nicht hatte, zufrieden ist. Ich möchte hier meinen Garten-Mentor zitieren, der ein Namensvetter von D.A.S., der liebe Franz. Der hat nämlich gesagt, Melik, wenn du einen Garten hast, wenn du einen schönen Garten hast, dann wirst du gar nicht mehr in die Ferien gehen. Und das ist vielleicht etwas, was viele Menschen nicht verstehen können, wieso weiß ich das und wieso behaupte ich das, weil wenn ich die Leute frage, was würdest du tun, wenn Zeit und Geld obsolet wäre, dann sagen sie, 80 Prozent sagen, sie gehen reisen. Und die Frage ist, wieso gehen sie reisen? Das haben wir auch schon besprochen, die sind auf der Suche. Absolut, richtig. Und er sagt, wenn jemand einen Garten hat, dann hat er das gefunden, was er braucht. Und die Anastasia hat gesagt, die, die die Welt bereits unendlich viele Mal gerettet haben, das sind die Kleingärtner. Weil das sind die, die wir haftig Freude haben. Und der Franz hat das eben auch gesagt. Er hat gesagt, Melik, Gärtner sind die glücklichsten Menschen. Und dann habe ich das meiner Nachbarin erzählt, die Gärtner als Beruf hat. Das heißt, sie muss ihr Geld damit verdienen. Und da habe ich ihr das gesagt. Und da hat sie gesagt, weißt du, Melik, ich kann dir viele Gärtner zeigen, die sind psychisch krank geworden. Und dann habe ich gesagt, wahrscheinlich, weil sie ihr Geld damit verdienen. Und sie sagt, ja genau. Und ich sage, das ist eben genau das Problem. Ja, richtig. Und da sind wir jetzt auf Umwegen wieder auf einen Punkt gekommen, den ich mir dann mit dem, unseren lieben Technikerfreunden noch genauer anschauen werde. Die Weiterentwicklung unseres Geldsystems hin zum nicht mehr Geld. Wenn wir von der Erkenntnis ausgehen, dass wenn du den Letztverbraucher in einer Supply Chain nicht mit ausreichend Kaufkraft ausrüstest, jedes Geschäftsmodell irgendwann zum Pyramidenspiel wird, dann darfst du dir die Frage stellen, wie lösen wir das? Eine Lösung, das ist die, die man im alten System auch hatte, die Letztverbraucher sollen sich Kredite aufnehmen, sie sollen sich verschulden. Das ist die große Frage, wo nehmen die dann das Geld für die Rückzahlung und für die Zinsen her, dann steigen die Schulden wieder an, bei der Bank ja auch durch die Geldschöpfung, da haben wir wieder diese Absurdität dabei. Also langfristig auch nicht wirklich sinnvoll. Und da denke ich mir jetzt eine Ergänzung, beispielsweise durch ein Gutschein-System. Wenn ich sage, in einer Gemeinschaft sind alle Menschen, und da sind wir wieder bei dieser Idee von Nezara, Gezara, die sagen, solange du einen bezahlten Job hast, kriegst du jetzt, du wirst jetzt mit Geld mal zugeschüttet, weil zum Beispiel alle deine Steuern, die du ein Leben gezahlt hast, kommen zurück. Du kriegst es aber nur, wenn du deinen bezahlten Job weiterhin ausübst. In Klammer, in Parenthese dürfen wir dann noch die Frage stellen, ja, wirklich für die gleichen Wochenstunden, oder reicht es, wenn ich dann vielleicht nur zwei oder drei Tage in der Woche arbeite, bei gleichem Bezug? Weil ja damit zum Beispiel mehr freie Stellen wieder für andere frei werden. das ist einmal der eine Punkt und der andere ist, wenn der nachweist, dass er für die Gemeinschaft tätig ist, auch wenn er nur wenig verdient, ein Gärtner zum Beispiel, ja, dann erhält der einen Gutschein für Gebäude, die jetzt mit dem 3D-Drucker oder als Earthship oder was auch immer verfügbar sind und wenn er den Gutschein dann einlöst, ja, ja, dann entsteht durch die Einlösung das Geld beim Baumeister und bei den Firmen, die das errichtet haben. Aber der Gewinn entsteht bei diesen Unternehmen erst dann, wenn der Letztverbraucher damit zufrieden ist und das auch wirklich benutzt, wenn er das benutzen kann. Er kann das nicht vorher an Spekulanten verkaufen, wieder an Immobiliendeveloper, die das wieder nur zum Verkauf erwerben. Und auf die Art und Weise hast du beides. Du hast keine Ausweitung der Geldmenge, keine Ausweitung der Schuld, aber du versorgst die Letztverbraucher mit dem, was sie brauchen und du erzeugst auch die Gewinne, für die es bisher notwendig hatten, mit Gewinnen zu operieren. Sorry, Franz. Ich komme unweigerlich, kommen mir Bilder, ganz viele verschiedene Bilder aus dem Film in Time in den Sinn. Warum? Weil dir etwas gegeben wird, was du dann in nützlicher Frist einsetzen darfst. Und da kommt mir diese Szene in den Kopf. Also weißt du, nur weil du gesagt hast, ja, du kriegst dann dieses Geld, diese Steuern, die du jetzt diese Jahrzehnte gezahlt hast, etc. Das heißt, es kommt eine Riesenwucht. Und Leute, die das machen, also in Time, in Time war es so, der Besonnene, der Held, der wusste, wie mit der Zeit umzugehen ist und der hat dann seinem besten Freund ein Jahr gegeben und was hat der gemacht? Der hat sich zu Tode gesoffen. Und das ist eben das Problem. Du hast einen Lösungsweg, der nicht für alle funktioniert. Du hast ein Ziel, das ist eben quasi das bedingungslose Grundeinkommen, aber du baust kein System auf, so dass die das sinnvoll umsetzen können. Und deshalb setze ich an den Kutilierungsansatz und sage, die Leute dürfen sich zuerst entwehren, damit die Werkzeuge, die ihnen dann zur Verfügung gestellt werden, dass sie damit umgehen können. Du willst denn, also, nur schnell anstehen, Leute, die Leute schauen jetzt. Der Kulturerung ist ja unserer. Das machen wir ja beide gemeinsam. Was ich jetzt gesagt habe, dieses Geldsystem, das ist für die, die noch nicht bei Star Connect sind, genau für die, die dann dabei sein werden. Was ich mir vorstelle, ist, bisher wurde die Weltbevölkerung aussortiert, die Spreu vom Weizen, getrennt über den Mangel. Die, die halt bescheiden waren, ja, oder die, die sich jetzt selbst versorgen konnten mit dem, was sie brauchen, die sind im Spiel geblieben, die anderen sind ausgeschieden. Und ich stelle mir das durchaus sinnvoll vor, dass man in der nächsten Runde, ja, die Spreu vom Weizen durch die Fülle trennt. Indem man die Menschen jetzt mal mit Geld zuschüttet und sagt, schauen wir mal, wie sie jetzt damit umgehen. Auch da werden viele nicht durchkommen. Die werden sehr wohl, sehr wohl, ich habe es ja schon gesagt, in meinem Netzwerk, da gibt es Gerüchte, dass bestimmte Teile der Redemption schon ausbezahlt wurden. Und was machen die? Die stehen Schlange bei Eigentumswohnungen in Monaco und bei Yachten, die sie sich jetzt kaufen wollen. Und die werden natürlich die Preise dort in die Höhe treiben. Und da wird es Konflikte geben und die ruinieren jetzt natürlich überall den Markt mit dieser Übernachfrage. Das ist genau das, wo ich gesagt habe, wenn wir vernünftig sind, müssen wir das in Zukunft vermeiden. Zum Beispiel die Kooperationspartner von StarConnect, die kriegen ganz andere Angebote. Da gehen wir nicht mit den Preisen in eine beliebige Höhe, sondern wir sagen, wenn du in unserer Gesinnung denkst, bietest du uns das zu einem Fixpreis an, der kann gerne höher sein als der heutige, habe ich gar kein Problem damit. Aber wenn dann wieder ein Mangel eintritt, weil deine Kapazität nicht ausreicht, beteiligen wir uns an deinem Unternehmen ohne Stimmrecht und ohne, dass wir da jetzt irgendwas in deiner Geschäftsführung manipulieren oder übernehmen wollen, nur um deine Kapazität zu erweitern, damit wir unter den gleichen Konditionen auch mehr versorgen können. Das ist ja die Idee. Und ich habe es immer wieder gesagt, wir müssen davon ausgehen, dass nicht alle jetzt, egal in welcher Form, eine Veränderung kommen wird, von heute auf morgen in einer Sternensiedlung wohnen werden. Und dass wir nicht sofort, innerhalb kürzester Zeit, nicht einmal in einem Jahr, für alle Kontinente ausreichend Sternensiedlungen errichten werden können. Der Großteil der Menschen wird außerhalb leben. Genau. Und deshalb halte ich so große Stücke an diese Plattformen, die wir jetzt gerade generieren, sei es Rechtshilfe, sei es irgendetwas in der Immobilienbranche. Es gibt die sogenannte StarConnect-Garantie, die habe ich bereits in die Präsentation für die Sponsor mit hineingenommen. Ich habe nicht alle auswendig, deshalb lasse ich es an dieser Stelle, aber da geht es darum, um einen signifikanten Teil der Dienstleistung, diese kostenlos zur Verfügung zu stellen. um den Menschen aufzuzeigen, dass man auch so erfolgreich sein kann, indem man kurssigig ist und nicht als Umgekehrte, indem man ehrgeizig ist. Ganz genau. Also in meinem System würden die Leute, die das dann kostenlos erhalten, Gutscheine dafür bekommen. Dann ist es für den Letztverbraucher, für den, der es bekommt, kostenlos. Und ob der Unternehmer den Gutschein dann in Geld umwandelt und das Geld zum Beispiel spendet für andere Zwecke, das kann er sich dann noch selbst überlegen. Also es gibt viele, viele verschiedene Wege. Wenn du, das ist ja für mich immer das oberste Prinzip, wenn du mit Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht handelst, dann fallen dir immer wieder neue Lösungswege ein. Und am Ende des Tages unter diesen drei Leitsternen sind diese Lösungen dann auch alle untereinander kompatibel. Weil diese drei Adverbien nichts anderes sind, als die Schutzsterne, muss man sozusagen sagen, der gelingenden, nachhaltigen Kommunikation, möchte ich mal sagen. Wir haben im, sag mir schnell, im Kodex haben wir anstatt Nachsicht, haben wir Toleranz. Tja. Was findest du, ich sage jetzt mal in Anführungs- und Schlussstrichen, besser, was das überhaupt synonyme sind? Ja genau, falls es überhaupt synonyme sind. ich glaube, dass es nicht genau passt. Weil tolerieren, das ist etwas anderes, als etwas Nachsehen. Nachsicht, das hat für mich persönlich mit Verzeihen zu tun. Was ist dann? Einräumen einer zweiten Chance zum Beispiel. Und was ist dann Barmherzigkeit? Barmherzigkeit heißt, sich empathisch in die Lage eines anderen zu versetzen, ja, um zum Beispiel hilfsbereit zu sein. Ja. Was ist der Unterschied? Das sind ja auch schon fast mehr Synonyme als mit... Wenn ich jemandem gegenüber barmherzig bin, dann fühle ich mich in seiner Situation und helfe ihm, auch wenn das für mich nicht leicht ist, ja, weil ich seine Situation verbessern möchte. Das sehe ich auch in Wort Nachsicht. Nein, bei Nachsicht sehe ich das anders. Ich sehe jemandem etwas nach, das ist für mich eine Umschreibung des Begriffs des Verzeihen. Da hat jemand etwas getan, was meine Gefühle verletzt hat, ja, was mich vielleicht auch geschädigt hat, sei es wirtschaftlich, finanziell, ja, meinen Ruf, was auch immer. Und in dem Moment, wo ich das nachsehe, da mache ich etwas, was im Kern eigentlich für meine eigene Seele heilsam ist. Ich schaffe für mich diesen Konflikt in der Vergangenheit aus der Welt, weil ich eine andere Perspektive einnehme. Ich verstehe zum Beispiel, dass er das nicht gerne gemacht hat, dass er da gar nicht subjektiv wahlfrei gehandelt hat, dass er selber wieder unter Zwang war, dass er seine Emotionen nicht im Griff hatte, sondern was auch immer. Indem ich diese Nachsicht dann praktiziere, öffne ich wieder eine Türe für eine Kooperation oder eine bessere Kommunikation mit diesem Menschen. Und eben genau deswegen ist es ein Synonym zu Toleranz, weil Toleranz heißt aushalten. Toleranz heißt aushalten. Aber jetzt sind wir in Wirklichkeit schon wieder am Harten, an der Grenze zu behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst. Da können alle sagen, warum bist du denn nicht tolerant? Du musst mich doch aushalten. Genau. Das ist Motivierung. Das ist das, was der, ich glaube, war es Epiktet, der gesagt hat, dass er unterscheidet, was er kontrollieren kann und was nicht. Und das, was er nicht kontrollieren kann, das muss er aushalten. Ja, das kann man so sehen, selbstverständlich. Aber das ist jetzt wieder ein bisschen zu verallgemeinert. Wenn es auf menschliches Verhalten abzielt, jetzt diese Formulierung, dann ist es doch auch ein Gebot von Höflichkeit, das haben wir ja beide vorher, da waren wir ja einer Meinung, dass ich mich nach dem Menschen richte, den ich besuche beispielsweise und seinem Umfeld und nicht einfach meine eigene Kultur mitbringe und sage, jetzt muss es so sein, wie ich das will und du bist nicht tolerant, wenn du das jetzt hier nicht erträgst. Moment, Moment, ich verstehe, was du meinst. Das ist ein spannender Blickwinkel, aber ich komme jetzt als Besucher und wenn du sagst, hey, bei mir pinkelst du bitte im Sitzen, dann toleriere ich das und halte es aus und sage, okay, ich sitze, aber wenn ich zu Hause bin bei mir, dann pinke ich wie im Stehen. Ja, ich verstehe schon, was du meinst, dann ist die Toleranz auf der anderen Seite. Genau, weißt du, es kommt immer darauf an, aus welchem Blickwinkel du es anschaust. Ich mache dir ein Beispiel, ich hatte einen Mitwirker, der hat nicht performt, der ist nicht fleißig gewesen und dann habe ich ihn darauf aufmerksam gemacht und gesagt, hey, wo schlägst du? Und dann hat er gesagt, ja, weißt du, aus diesen und diesen Gründen, die er mir nicht genannt hat, hat er gesagt, hätte er nicht performen können, aber er hat es mir nicht gesagt. Also, wusste ich es nicht und deshalb habe ich ihn auch gefragt. Und dann hat er gesagt, ja, kannst du nicht, wo ist jetzt da hier die Barmherzigkeit und die Toleranz von dir? Und dann habe ich gesagt, ah, das finde ich eine wirklich sehr gute Frage und die Frage ist aber nach dem Blickwinkel, weil zum Beispiel, was die Mitwirker bei uns anbelangt, die fleißig sind und sich den Arsch aufreißen, weil wir wollen hier die Welt verändern und das machen wir nicht mit den Händen in den Schoß, zu denen bin ich barmherzig, tolerant und schaue, dass die anderen, die hier hineinkommen, dass die auch fleißig sind, damit es die Resonanz der Gleichgesinnten ist und sie sich gegenseitig hinaufpushen. Und deshalb ist es immer eine Frage des Blickwinkels. Eben, ja genau. Richtig. Dennoch finde ich, Nachsicht hat für mich noch zusätzlich das Verzeihen im Begriff. Und ich weiß nicht, ob man das bei der Toleranz so verorten kann. Weil Nachsicht, wie das Wort schon sagt, nach, das ist ja etwas, was später kommt. Bei Toleranz kann ich mir erwarten, da habe ich das Verständnis sofort in der Situation. Bei Nachsicht denke ich dann später drüber nach und sage, der hat mir zwar etwas getan, was mich in Aufregung gebracht hat, was mich beleidigt, gekränkt, was auch immer hat. Aber wenn ich darüber nachdenke, sehe ich ihm später nach und schließe meinen Frieden. Weißt du, das Wort Toleranz, wenn du es so definierst, es gefällt mir immer besser und besser und deshalb ist es immer mehr und mehr der Grund, wieso es im Kodex ist. Weißt du, ich weiß noch das erste Mal, dass eine das Wort Toleranz angeprangert hat und dann habe ich gefragt, hast du ein Synonym? Und sie so, nein, habe ich nicht. Und ich so, ja, mein gutes Synonym ist Nachsicht. Und sie so, ja, das ist sehr schön. Und ich so, und genau aus diesem Grund ist es Toleranz. Und sie so, ja, wieso? Und ich so, hier wollen wir die Welt verändern. Was meinst du, was meinst du, was die AfDler seit elf Jahren durchmachen? Meinst du, sie sind nachsichtig? Nein. Die müssen im Jetzt, müssen die tolerant sein, wenn sie angespuckt werden, angegriffen werden, diffamiert werden und was weiß ich, die können nicht warten, bis sie zu Hause sind, wo sie in ihr Kissen hinein weinen können und nachsichtig sein. Die müssen es jetzt in diesem Moment sein. Das sind für mich wirklich sehr vorbildliche, tugendhafte Menschen, die etwas aushalten, weil die anderen, die kriegen alles in den Arsch geschoben. Gerade letztens, ich weiß nicht mehr, wie der Politiker, ich glaube, ah, wie heißt der, der war viel im Fernsehen, war auch beim Lanz, bei Markus Lanz. Kupala. Ja, genau. Kupala, der hat es wirklich super auf den, ich hoffe, ich finde ihn wieder irgendwo im YouTube-Verlauf. Weißt du, die, 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 die einfach alle anderen Politiker sagen, dass die, die Probleme, die die Deutschen jetzt haben, dass das die Schuld der AfD ist. Wie kann man das überhaupt, wie kann das irgendwie menschlich möglich sein, wenn alle Anträge, die die AfD gebracht haben, alle niedergeschmettert wurden und abgelehnt wurden. Genau, richtig. Und das ist es eben, die müssen das aushalten, bis zu dem Punkt, wo sie dann die Mehrheit sind und es dann geschafft haben. Und das hat nichts mit Nachsicht zu tun. Und deshalb, ich finde das wirklich ein sehr mächtiges Wort. Ich verstehe, was du meinst. Ich finde, das ist der einfache Weg. Toleranz ist ein schwieriger Weg und deshalb ist es der richtige Weg. Und das ist, ja, das, wo die Leute, gewisse Leute ein Problem damit haben, wenn ich sage, wir sind die friedvollen Krieger, die sehen irgendwie nur oder hören nur das Wort Krieger und meinen, dass das Gewalt impliziert und das stimmt überhaupt nicht, sondern es ist eigentlich genau das Gegenteil. Wenn man eben tugendhaft sein kann, die Wahrheit sagen kann und sich nicht beugt, wenn man barmherzig ist und, wie soll ich sagen, da ist das Wort Güte darin, dass man gütig ist, dass man großzügig ist und so weiter. Und in den schwierigsten Situationen dann auch noch tolerant und anderen den Vortritt geben kann und sagen, ja, du hast recht, du hast recht und diese sich dann selbst an die Wand fahren, wie zum Beispiel die deutsche Politik, dann hat das wirklich wahrhaftig mit Größe zu tun. Und ich sage nicht, dass sie überall recht haben, verstehe mich bitte nicht falsch, es gibt zurzeit niemanden, den ich sagen kann, der hat absolut recht und dem würde ich dem Tod folgen und deshalb versuchen wir hier unser eigenes zu machen und ich sage ja auch, ich weiß es nicht, sondern lass uns bitte Forschung betreiben. Die einen machen die Ökosiedlungen zum Beispiel Männer und Frauen gemischt, andere machen Männer und Frauen getrennt, damit diese Energien endlich durchmischt werden. Die einen werden diese Probleme haben und die anderen diese. Ich weiß ganz genau, wenn ich eine Vogelwarte mache und keine Katzen habe, dann werde ich gewisse Probleme haben wie zum Beispiel, oder Herausforderungen, besser gesagt, mit zum Beispiel Mäusen und Ratten und was weiß ich. Und dann darf ich dort irgendwie ein Pornhau finden und dann sind wir in der Elektronik und sagen, hey, weißt du was, machen wir vielleicht eine elektronische Katze, die vielleicht keine Parasiten im Garten verschießt. Irgendetwas. Und so werden die Informationen in ein System gesteuert, wo man sich gegenseitig helfen kann und wir gemeinsam nicht nur die Moral, sondern auch die Qualität erhöhen können. Ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Ja, also, wie gesagt, Toleranz kann meiner Meinung nach ohne weiteres im Kodex erhalten bleiben als Begriff. Aber wie gesagt, richtig Toleranz. Darf ich nur schnell ab? Ich sage nicht, das eine muss und das andere nicht. Überhaupt nicht. Wieso? Wenn ich es irgendwo schreibe, dann schreibe ich immer Wahrhaftigkeit. Dort kenne ich kein Synonym. Das darf für sich alleine stehen. Und bei Barmherzigkeit, viele können das vielleicht nicht so einordnen und dann sage ich, ein Synonym ist Güte. Und dann hast du zum Beispiel Toleranz und dann gibt es Leute, die blockieren dann vollständig und dann sage ich Nachsicht. Also, ich stelle mir immer beide Worte vor. Aber ich bin mir denen bewusst. Ich sage nicht das eine ja, das andere nicht. Und Toleranz ist wirklich durchhalten. Wenn ich Eisbaden gehe, dann halte ich diese zwei Minuten durch und nachher bin ich in der grenzenlosen Glückseligkeit. Und das ist das, was ich vermitteln will. Dass man durchhalten darf, wenn es mal streng ist und nicht nachsichtig, so wie es du. Ich sage nur, das ist nur so, wie es du erklärt hast. Vielleicht erklärt jemand, nach Sicht anders. Dann, dass man eben das im Nachgang machen kann. Ich finde, weißt du, der Frequenztherapeut, der hat mich gefragt, Melik, was ist dein Ziel? Und ich habe das natürlich in die Metaebene skaliert und wusste in diesem Augenblick nicht deine Antwort. Und er hat mir dann später erzählt, wie er zwei Kinder zu Grabe getragen hat. Und ich so, oh, okay, wie lange hast du dafür gebraucht, das zu verarbeiten? Und dann hat er gesagt, zwei Tage. Und ich so, oh, spannend, es gibt Leute, die können nicht mal ein Kind in einem Leben verarbeiten. Und dann ist mir ein Ziel, das Ziel bewusst geworden. Und ich erzähle das sicherlich zum dritten Mal oder mehr in dieser Podcast-Runde. Und das ist, dass ich es jetzt machen will. Das heißt, die Toleranz jetzt. Wenn mich jemand beim Autofahren schneidet, dann sage ich, jetzt ist er mein Meister, der mir aufgezeigt hat, oder mein Lehrer von mir aus, der mir aufgezeigt hat, dass ich jetzt gerade nicht in meiner Mitte bin und dann bin ich ihm dankbar dafür. Ich will nicht erst zu Hause, ah, das ist ein guter Mensch gewesen eigentlich, weil er mir meine Fehler aufgezeigt hat. Und das ist so ein bisschen vielleicht der Unterschied. Ja, auf jeden Fall. Ein paar Sekunden später. Ja, lieber Melik, es steht auf unserer Agenda dann immer noch 2.1, Kapitel 5, wie der Teufel die Welt beherrscht. Ich habe mir da wieder meine Notizen dazu gemacht und darf diese vorlesen. Kapitel 5 trägt den Titel Den Westen unterwandern. Und spannenderweise gibt es hier einen Anknüpfungspunkt fast in der Gegenwart, in der kurzfristigen Vergangenheit. Die US-Wahlen 2016 waren sehr emotional mit starken Antipathien gegen Donald Trump in den Mainstream-Medien. Viele dieser Reaktionen waren vom Hintergrund gesteuert durch bestimmte Interessensgruppen. Ein bedeutender Teil der Demonstranten waren professionelle Revolutionäre mit guten Kontakten zu kommunistischen Staaten beziehungsweise Regimen. Professionelle linke Gruppen versuchen schon lange bestimmte Teile der Gesellschaft in den USA zu unterwandern. Der Kommunismus übernahm heimlich die Institutionen der westlichen Gesellschaft. Die USA erfüllten ihre von Gott verliehende Rolle des Weltpolizisten und hielten die kommunistischen Länder erfolgreich in Schach in der Zeit des Kalten Krieges. Die Verfassung von 1776 wurde unter Einfluss der westlichen Religionen verfasst. Mindestens vier große Kräfte treiben im Westen die kommunistische Infiltration voran. Das ist einmal die UdSSR, solange sie Bestand hatte. Zweitens die lokalen kommunistischen Parteien in Verbindung mit der KPDSU. Drittens Wirtschaftskrisen und soziale Umwälzungen. Und viertens Mitläufer, die fünfte Kolonne, die sogenannten nützlichen Idioten. Nach Lenin ist die Arbeiterklasse nicht in der Lage, ein Klassenbewusstsein zu entwickeln. Die kommunistischen Parteien werden in wichtigen Institutionen Mitglieder. Die KP der USA hat ebenfalls dort etliche Institutionen unterwandert. Hochrangige Beamte der Roosevelt-Regierung waren ebenfalls sowjetische Spione. Da wird ein Venona-Projekt erwähnt. Das Ehepaar Rosenberg war beteiligt am Verrat der Nukleargeheimnisse und die wurden dann sogar am elektrischen Stuhl hingerichtet. Harry Dexter White, das war einer der Mitgestalter des internationalen Finanzabkommens von Bretton Woods, wird ebenfalls heute als kommunistischer Spion angesehen. Diese Agenten konnten die amerikanische Politik maßgeblich mit beeinflussen. Da gab es einen Geheimdienst Mitarbeiter und Überläufer mit dem Namen Besmanoff und der hat erzählt, Tätigkeiten wie bei James Bond sind sehr weit von der Realität entfernt. Der Großteil besteht in der ideologischen Subversion. Und das ist erstens die Förderung der Demoralisierung, zweitens die Erzeugung von Chaos, drittens Krisen zur Auslösung von Revolution, Bürgerkrieg oder Invasion und viertens die Kontrolle des Landes durch die kommunistische Partei unter dem Titel Normalisierung. In drei Bereichen erfolgen diese Angriffe im öffentlichen Denken, bei der politischen Macht und im öffentlichen Leben. Das Konzept der Gleichheit wurde gezielt dazu manipuliert, um Unruhe zu stiften. Das lief über die Förderung des Aktivismus bei gleichzeitigen Niedergang der Wirtschaft. Das führt dann natürlich zur Krise, diese dann zur Invasion oder Revolution. Die erste Stufe in dieser Entwicklung dauert meist 15 bis 20 Jahre. Innerhalb dessen kommt es zur Ausbildung einer neuen Generation. Die zweite Stufe dauert dann nur zwei bis fünf Jahre und die dritte Stufe drei bis sechs Monate. Joseph McCarthy wird heute als Beispiel politischer Verfolgung verteufelt. Das ist eine Erfolge der kommunistischen Unterwanderung. Am 24. Oktober 1929 gab es den Börsencrash, der sich beginnend beim Finanzsektor auf die ganze Wirtschaft ausgebreitet hat und keine Nation im Westen verschont hat. Die Arbeitslosigkeit in den USA stieg damals auf 25 Prozent und Roosevelts New Deal wirkte dann bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Der New Deal wird heute von etlichen Autoren allerdings als Fehler betrachtet. Die Konsequenzen der sogenannten Great Society waren erstens die Abhängigkeit der Menschen von Sozialhilfe, zweitens der Zerfall der Familie und die Begünstigung von Alleinstehenden. Progressive waren in dieser Entwicklung immer Linke, also Kommunisten. Der Sozialstaat förderte die Faulheit und die Abhängigkeit von der Regierung. Atheismus und Materialismus höllten gleichzeitig die Kultur aus und die westliche Kulturrevolution der 60er Jahre zielte auf die Zerstörung religiöser und traditioneller Werte. Die Frankfurter Schule strebte nach politischer Macht und 1935 siedelten diese Theoretiker in die USA und wurden an der Columbia University aufgenommen. Marx, Marcuse und Mao waren die Idole 3M. Die Students for a Democratic Society wurden damals in Kuba ausgebildet. Das Motto der damaligen Entwicklung hieß Sex, Trucks and Rock'n Roll und das startete die Antikriegs- und Friedensbewegungen. 1948 kam es zur Gründung des Weltfriedensrats unter Führung eines französischen kommunistischen Kernphysikers. Die wurde direkt von der sowjetischen Weltfriedenskommission kontrolliert. Die Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre in den USA wurde ebenfalls von der KPDSU und von Chinas kommunistischer Partei unterstützt. Es war damals sogar die Rede von einer schwarzen Sowjetrepublik im Süden Amerikas. Das Revolutionary Action Movement wurde von der KPDSU und der kommunistischen Partei Chinas unterstützt und 1969 dann aufgelöst. Die Black Panthers Party übernahm direkt die Slogans der KP Chinas. Heute wieder neu erweckt durch Black Life Matters. Ein gewisser Alinsky hat die Regeln für Radikale entwickelt. Skrupellosigkeit war dabei der Kern der Methode. Ein wesentlicher Ausspruch lautet Macht ist gut, Machtlosigkeit ist schlecht. Das Thema ist nie das Thema, das Thema ist immer die Revolution. Im Rahmen dieser Regeln für Radikalen gibt es von Alinsky auch eine Danksagung an den allerersten Radikalen aus seiner Sicht Luzifer und dann haben wir erlebt den langen Marsch der Linken durch die Institutionen in China wurden künstliche Klassensysteme eingeführt reiche und intellektuelle mussten von armen Bauern lernen und wurden umerzogen in den westlichen Staaten wurde nun die Definition von Hetze erweitert und damit Schulen Medien und Internet Firmen zur Konformität gezwungen 2017 gab es an amerikanischen Universitäten Gewalteskalationen und Demonstrationen um die Meinungsfreiheit zu unterbinden jene Gruppen die sich selbst auf Hate Speech berufen hetzen nun selbst gegen konservative Menschen und Parteien politische Korrektheit ist die Vertrehung der Wahrheit und die Unterdrückung der Meinungsfreiheit die Rolle der Sozialdemokraten bei dieser Entwicklung 1889 gründete Friedrich Engels die zweite Internationale aus der die heutige sozialistische Internationale dann hervorging 1951 nach dem Zweiten Weltkrieg damals gab es schon über 100 Parteien die sich auf den Marxismus als ihr Fundament beriefen 66 davon waren schon damals Regierungsparteien Die sozialistische Internationale besteht aus über 160 Mitgliedern und ist die größte politische Organisation der Welt Der Sozialismus soll dabei dem Kapitalismus nachfolgen Die SPE die Sozialdemokratische Partei Europas besitzt 45 Mitglieder nämlich die Parteien der jeweiligen Länder Die SPD besitzt über 10.000 Beteiligungen an Medien und anderen einflussreichen Organisationen In Frankreich und England ist es ebenso dabei sind in England vor allem Maoisten am Werk in England die Fabianisten also die Fabian Society Auch Italien hatte einen Übergang vom Sozialismus zum Kommunismus Junge und naive Aktivisten wurden in kommunistische Länder eingeladen und dort wurden ihnen Propagandamittel vorgeführt Warum vor allem oft Kinder aus reichen Häusern dem Kommunismus anhängen gibt es jetzt vier Hypothesen erstens die Enttäuschung über den Kapitalismus das ist eine recht einfach nachvollziehende zu vollziehende Strategie zweitens der Glaube an eine materialistische Lebensphilosophie das ist dann die zweite Falle also die beiden in Kombination sind schon einmal geistig sehr mächtig dann eine intellektuelle Überheblichkeit im Alter von 18 bis 20 Jahren die jungen Wilden also die die glauben alles besser zu wissen als die Generation der Väter oder Großväter und last not least unerfüllte religiöse Bedürfnisse das geht wieder unmittelbar auf Punkt 2 zurück denn in der Schule wird die Evolutionstheorie indoktriniert also der reine Materialismus und der Zufall als Lücke dort wo Gott oder höhere geistige Wesen nicht gewollt werden setzt man dann einfach den Zufall ein Arroganz und Egozentrismus sind aber wesentlich für diese politische Ausrichtung Blinder Glaube an die Wissenschaft Scientismus führt dann zu dieser politischen Ideologie und die globale Erhöhung der Moral wäre natürlich ein wirksames Mittel dagegen und dabei ist der Schluss dieser Zusammenfassung dieses Kapitels und ich muss ganz ehrlich sagen das bringt mich wieder unmittelbar zu dieser Scheinwissenschaft der normativen Wissenschaften und damit letztlich dann auch wieder zur reinen Rechtslehre von Hans Käsen also in dieser Entwicklung wenn du dir vorstellst gerade in den 20er und 30er Jahren war der am meisten tätig hat am meisten publiziert und damit weltweit Wirkungen erzielt das ist exakt dieser Zeitraum wo diese ganzen linken Bewegungen in den sogenannten Demokratien heute wissen wir den Schein Demokratien ihren Einfluss zementiert haben und das hängt natürlich auch wieder mit dieser Wissenschaftsgläubigkeit zusammen wenn ich glaube der Mensch ist eigentlich der Übermensch in Nietzsche hat man das ja letztlich immer wieder vorgeworfen lustigerweise dass er den Übermenschen gepredigt hat den Übermenschen den predigt zum Beispiel ein Hans Kielsen wenn er sagt nur positives vom Menschen gesetzt das Recht ist für ihn Recht er glaubt an kein göttliches Recht und an kein Naturrecht also diese Rechtsdefinitionen dass alles immer nur vom Menschen ausgeht und der die Krone der Schöpfung ist das hat einfach keinen Bestand nicht weil wir alle vom Affen abstammen sondern weil es eben durchaus höhere geistige Wesen geben darf völlig egal ob wir jetzt in der Lage sind die unmittelbar wahrzunehmen oder nicht in Ausnahmesituationen des Lebens oder vielleicht erst nach unserem Ableben aber wir dürfen uns auch kulturhistorisch auf das berufen was andere vor uns schon erlebt und in Schriften hinterlassen haben und haben einfach nicht so arrogant zu sein das Ganze nur als Märchen abzutun das ist mein Schlussstatement zu diesem fünften Kapitel so du hast Eingläubigen sage ich für die einfachen Menschen die sich jetzt nicht in der Tiefe mit diesen geschichtlichen Abläufen beschäftigen wollen oder beschäftigt haben mag es so scheinen als stünde dahinter tatsächlich eine politische Ideologie nicht nicht dieser berühmt berüchtigte freie Markt den wir mit der Lupe suchen dürfen ja und der so frei gar nicht verdient weil ein Monopol und eine vollkommene Konkurrenz diameträr unterschiedliche Dinge sind die dann hier trotzdem mit dem selben Begriff benannt werden also die Enttäuschung über den Kapitalismus meiner Meinung nach ist Programm wenn die Kapitalisten sagen Kapitalismus ist ja jetzt gar nicht das Problem weil der wurde ja noch nie wirklich verwirklicht was sie vielleicht im Kern damit ausdrücken wollen ist die Freiheit die Freiheit die menschliche Freiheit denn das ganze libertäre Konzept beruht ja auf menschlicher Entscheidungsfreiheit und das haben wir natürlich in einem umgesetzten Sozialismus und Kommunismus nicht wir haben es aber natürlich beim heutigen Kapitalismus wo ich überall Instanzen habe ich habe Wirtschaftsprüfer ich habe Steuern ich habe Finanzämter ich habe Gewerbe und sonstige rechtliche Vorschriften mit denen ich überprüft werde habe ich das im Kapitalismus wieder nicht das heißt eine wirklich freiheitliche Gesellschaftsordnung haben wir nirgends das stimme ich mit den Kapitalisten überein und auch den Anhängern der österreichischen Schule die sagen Kapitalismus Kritik ist jetzt nicht ganz korrekt denn den wirklichen Kapitalismus hat es nicht gegeben wenn wenn die Kommunisten das sagen und sagen den wirklichen Kommunismus hat es nicht gegeben dann muss ich dort allerdings die Frage stellen wie stellt man sich den denn dann eigentlich vor weil beim Kommunismus der lebt ja vom Dogma und von den strikten Regeln und von der Bestrafung und von der zwanghaften Umerziehung und deswegen muss ich eines sagen ich richte mich immer ganz gezielt neben jede Vorstellung eines Zwangs ich bin im Kern immer noch ein Anhänger des Voluntarismus wenn Menschen nicht aus eigenem in der Lage sind die höhere Qualität einer einfühlsamen Kommunikation zu verstehen dann sind sie ganz offensichtlich selbst für eine solche Gemeinschaft nicht reif dann dürfen sie wie wir gesagt haben gerne auf eine Warteliste dann dürfen sie sich noch eine Zeit lang weiter entwickeln bis sie vielleicht verstanden haben oder bei einer anderen Gemeinschaft Mitglied werden Verstehe ich das richtig also du bist auch nicht für Libertarismus Nein nicht in der Form wie es heute gepredigt und beschrieben wird ganz sicher nicht selbstverständlich müssen wir uns bestimmte Regeln setzen aber diese Regeln die sollten jetzt nicht als Zwangskorsett von Haus aus einmal gleich für alle gesetzt werden die dürfen sich diese Menschen und auch die kleineren Gemeinschaften sehr gerne selbst geben wenn sie das tun muss es unbedingt in transparenter nachvollziehbarer Form sein und ob das jetzt nach einem Mehrheitsprinzip passiert darf kritisch hinterfragt werden auch von diesem Mehrheitsprinzip der Demokratie halte ich nicht sehr viel durchaus halte ich aber einiges von der Schwarmintelligenz wenn man sagt Schwarmintelligenz für die Abschätzung bestimmter Konsequenzen von Entscheidungen oder sonst was ja da hat sie wahrscheinlich ihre Berechtigung meiner Meinung nach das habe ich entscheidet immer nur der Betroffene in jedem Fall deswegen möchte ich den Freiheitsgrad der Individuen maximal erhöhen der selbstverständlich dann an Grenzen stößt solange wir noch Mangel haben am Grund und Boden oder an physischen verhandelnden Gütern wird dort schnell eine Grenze gefunden sein die wir aber dann nach Kräften erweitern mögen damit wir die Individuen befreien von ihren scheinbar naturgegebenen Einschränkungen die so naturgegeben gar nicht sind wenn wir jetzt an die technische Umsetzung freier Energie oder sowas denken ich bin auch für regional an einem Ort da darf es jeder selber ausprobieren ob es funktioniert oder nicht richtig und die Erfahrungen werden dann publiziert und davon kann dann jeder lernen genau die Fallen auf die wir dann alle achten dürfen das dürfen wir uns dann noch in der Praxis anschauen wie das aussieht aber dass es quasi limitierte Plätze hat und sobald das voll ist wird wieder eine neue Siedlung gebaut die ihn dann natürlich aus den vermeintlichen Fehlern dann gelernt hat und es besser machen kann und so streben wir immer ein schöneres Morgen an ja so ist es auch absolut ich sehe das ganz zu 100% so und ja was wir uns jetzt eben vornehmen sollten wie gesagt und ich werde das versuchen heute Abend bei einer ersten Umfrage im kooperativen Individualismus gleich mal einzustellen das ist wie steht es jetzt eigentlich mit dem Verständnis der Grundlagen unserer heutigen Institutionen warum denn überhaupt beispielsweise ein Mehrheitsprinzip was würde ein Mehrheitsprinzip für Prämissen haben was würde das voraussetzen also eine Prämisse bei einem Mehrheitsprinzip ist sicher dass alle die allein schon an diesem Beschluss teilnehmen ein Gesetz über das sie da zum Beispiel abstimmen zumindest mal gelesen haben wie gesagt von verstehen habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen denn wer versteht schon wirklich ein Gesetz wenn die Gesetze die wir heute produzieren nicht in der Lage sind mehrdeutig formuliert und unterschiedlich ausgelegt zu werden dann haben sie in aller Regel ihren Zweck verfehlt weil Gesetze das müssen wir heute ganz neutral wertneutral und nicht wertend feststellen sind ein Geschäftsmodell der der die Gesetze schreibt der lebt von der Mehrdeutigkeit der Begriffe damit dann die Rechtsanwender das nach ihrem Belieben umsetzen können das ist genau der wichtige Punkt deswegen war das auch so eine großartige Dienstleistung von Hans Kielsen eben nicht zu sagen wer überhaupt Gesetze schreiben darf das lässt er offen beziehungsweise unterlegt er einem Zirkelschluss den den die Gesetze wieder ausgewählt haben wer die Gesetze geschrieben hat den den wieder andere Gesetze berechtigt haben ab infinito das ist genauso wie mit den Schildkröten die flache Erde liegt auf einer Schildkröte und die wieder auf einer Schildkröte und die wieder da sind wir in der reinen Rechtslehre du hast vorhin gesagt du machst eine Umfrage das eine ist ja geschlossene Fragen zu stellen aber so wie du sie jetzt formuliert hast sind das eigentlich offene Fragen so dass es zu einem Diskurs kommt ja es wird es werden es werden wahrscheinlich mehrere Fragen sein teils geschlossene und teils offene ich möchte einfach mal schauen wie die Leute dann in der Gruppe damit umgehen und wenn eine extrem niedrige Rate nur verfolgt werden kann dann verlege ich das vielleicht in meinen Kanal hinein ich habe festgestellt dass wenn du etwas sagst dass die Resonanz relativ groß sind und dass sich Leute melden die normalerweise an den anderen Diskursen nicht teilnehmen das ist schön das würde ich mir wünschen ja ich möchte mal ein bisschen Erfahrung sammeln beim Umgang mit den Mitdenkern die mal aufrufen und da ein bisschen aktiv einbinden und dann können die gerne auch sich wieder untereinander ein bisschen sinnvoll und achtsam austauschen das wäre mir eine Freude dann zu sehen wenn sie mal über sinnvolle Fragen sich austauschen und nicht nur über was macht der Krieg in Palästina oder ich weiß nicht was Ja genau das ist ein bisschen so die Gefahr aber da würde ich wahrscheinlich das Zipter dann ein bisschen in die Hand nehmen was diesen neuen Chat anbelangt wo alle die sich bis jetzt beworben haben dass die dort drin sein können und sich austauschen können dürfen wir die dann Selbsthilfe Gruppe nennen Selbsthilfe Gruppe die Selbsthilfe Gruppe der Beitrittskandidaten wieso nicht ja mal schauen vielleicht ist es noch zu offensichtlich aber dann könnte man die Fragen zum Beispiel auch dort reinstehen ja natürlich wenn ich dazukomme ich frage mich jetzt einfach was ich als nächstes machen soll ich habe zum Beispiel Dinge in meinem Haus die ich verkaufen kann um ein bisschen Geld zu kriegen und mich da ein bisschen weil das mit den Spenden das ist das funktioniert nicht das ist festgefahren da kommt nichts rein schade ja und deshalb eben auch vielleicht die Möglichkeit eben das Netzwerk zu vergrößern weil es vielleicht dort mehr spinn die er freudige Menschen gibt äh hat irgendwie ich werde heute Nachmittag wieder ein paar Telefonate führen wenn ich an irgendein Licht komme am Ende des Tunnels lasse ich sie natürlich sowieso wissen Publikumsfrage ja bitte wie viele Menschen braucht es für eine Öko-Siedlung die sich parallel auf den Weg macht um Autarkie und Autonomie zu erreichen okay Frage naja wenn wir jetzt die Erfahrungswerte nehmen in dieser einen Anastasia-Siedlung wo ich mal den Link reingehalten habe da gibt es 75 Parzellen für 75 Familien äh ich kann mir vorstellen dass man mit der mit der Hälfte davon auch schon gut starten kann also ich würde sagen mit 30 Familien macht die Sache wahrscheinlich schon einmal Sinn zu beginnen das lässt aber natürlich entsprechende Flächen voraus ja Milik ja nein ich wollte nur sagen wir hatten mal die Diskussion in unserer Diskussionsrunde ich glaube es war die Marleen die gesagt hat dass es einen Wissenschaftler gibt der hat das mal ausgerechnet und er hat gesagt maximal 120 Menschen in einem Dorf das ist die maximal psychische Belastung um nicht zu sehr Konflikte entstehen zu lassen ok das stimmt ja eigentlich mit dem was du jetzt gerade gesagt hast überein wenn man denkt dass eine Familie vierköpfig sein kann ja ich habe die Theorie gehört dass wenn die Menschen zufrieden sind dass sie dann aufhören wie kannickel sich zu kooperieren und eher dass die Bestände zurückgehen anstatt dass sie mehr werden und ja zwei denke ich ist gut deshalb sind es vier vier mal 30 35 wie du gesagt hast das ist eigentlich genau im Range ja das ist wie gesagt einfach nur aus Bauchgefühl heraus und wie du auch erwähnt hast ich setze voraus dass diese Menschen wenn sie räumlich in der Nähe wohnen vielleicht auch Kontakt suchen die werden sich dann vor Ort auch treffen wollen ja irgendwelche Feste feiern ja oder gemeinsame Ausflüge machen oder den Garten pflegen was auch immer ja und das kannst du natürlich jetzt nicht mit 2000 Leuten vor Ort ja aber selbstverständlich gibt es auch die Alternative das Network State und da ist es eigentlich egal da gibt es keine Obergrenze ein Network State den können wir theoretisch auch gleich mit einer Million von Leuten beginnen aber ich denke dass das sowieso integriert ist in diesem Cupnet da ja sowieso alle mit haben absolut absolut lieber Melik also wenn das eine startet startet meiner Meinung nach gleichzeitig auch das andere egal was als erstes beginnt ja ob wir rein in der Technologie auf der Wissens- und auf der Kultivierungsebene uns als erstes vernetzen oder ob wir vorher mit Flächen bedacht werden die wir verantwortlich nutzen dürfen um dann auch räumlich lokal zentriert zu starten das wird man alles noch sehen aber wir werden beim räumlichen Start das Cupnet mitziehen und viele viele virtuelle verteilte Mitglieder und ohne den Flächen werden wir nur im Netz starten und dann kommen die Flächen halt dann hinterher nach also das eine zieht das andere mit sich denn wie gesagt das allerwichtigste wird sein Transparenz der Regelsysteme dass wir das wirklich nach außen nachvollziehbar anordnen in einer Syntax oder in einer grafischen Darstellung was auch immer die eben nicht okkult ist nicht heute wie der okkulte Staat unter dem wir alle leiden ja wie gesagt meine Formulierung für Deep State okkult ist nichts anderes als verborgen ja nicht auf den ersten Blick sichtbar und da muss man sich halt immer die Frage stellen wer will denn das wer will denn dass die Funktionsweise des Staates die tatsächliche richtige ehrliche vor der Bevölkerung verborgen bleibt meiner Meinung nach es können nur die sein die dieses System missbrauchen ich muss dir ganz ehrlich sagen viele reden ja heute von Operettenstaaten und Bananenrepubliken ja vor allem in Deutschland ja da gibt es schon ganze Logos ja wo Banane und dann das deutsche Flagge dann draufgemalt ist und ähnliches für mich ist das aber in Österreich ganz genauso wir haben möglicherweise auch einen Dialog schon mal kurz drüber gesprochen wir haben ja aktuell einen Präsidenten des Nationalrats einen gewissen Herrn Sobotka von der ÖVP von der Volkspartei und dieser Mensch hat eigentlich nach dem Bundespräsidenten das zweithöchste Amt im Staat und gegen den gibt es etliche Beschuldigungen und mittlerweile auch einen Untersuchungsausschuss und das Spannende an der Situation ist dass sich diese ganzen Volksvertreter nicht entblöden ihn selbst zum Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses gegen sich zu machen nein wirklich ja in der Tat er ist in Österreich schon in Österreich schon und weißt du was die Argumentation in den öffentlichen Medien war jetzt wird jetzt kommt der lustigste Punkt ja wir können nicht einfach einen Präsidenten des Nationalrats seines Amtes entheben denn das ist in der Vergangenheit in der Geschichte in der Ära Dollfuß auch passiert das ist dann immer der erste Schritt zur Diktatur das heißt wir nehmen jetzt einfach einen Diktator den wir schon haben ja weil wenn wir den nicht hätten dann käme Diktatur das ist wie die Ausrede mit mit den Impfstoffen gewesen es wäre ja schlimmer geworden ja richtig ganz genau das sind immer diese merkwürdigen Argumentationen die wenn du nur ein Minimum Hausverstand hast ja sofort auseinanderfallen nein ich verstehe das nicht das ist ich habe gerade ein Video geteilt von der Christine Andersson im EU-Parlament die AfDlerin die sich da in die Wogen schmeißt die ist sehr verdient diese Frau ja absolut verdient ja genau ich habe sie ja auf die Liste genommen mit dir hätte ich wirklich gerne mal ein Gespräch wäre schön ja keine Frage ja und da wird ihr das Mikrofon abgeräht weil sie sagt dass die von der Leyen die müsste sowieso nein sofort abgewählt werden weil ja jetzt eine Untersuchung stattfindet wegen diesen Pfizer Käufen und da wird ihr das Mikrofon abgeräht und dann weißt du wieso also da würde ich ehrlich gesagt gegen den der das macht sofort Strafanzeige einbringen genau das kann ja wohl nicht wahr sein weil die hat ja das Recht dort öffentlich zu reden genau dafür ist sie da ja ja aber das das ist das ist wirklich ein Skandal aber das unterstützt die Hypothese vom okkulten Staat das sind genau die Dinge die nach außen niemand wissen darf genau schön dass da wenigstens das jetzt offensichtlich wird und transparent aber nein es ist überall offensichtlich weißt du mit diesen 2000 Mules der Präsident Biden das ist ein unrechtfertiger Präsident der darf gar nicht da wieso wird das zugelassen ich verstehe es nicht wenn es in den Q-Kanälen heißt ja das Militär das wird dann kommen und weißt du ich verstehe es dass sie dann kommen und sagen ja weißt du die bereiten alles vor damit es offensichtlich ist Operation Warp Speed ist weil sie sonst ein paar Jahre später gekommen wären und dann wäre es unaufhaltsam gewesen es sind Äußerungen die einfach vermeintlich nachvollziehbar sind weißt du Melik also ich habe jetzt gestern auf der Heimfahrt in der Bahn in einem dieser Verschwörungskanäle gelesen dass angeblich Klaus Schwab festgenommen wurde ja ja also auf verschiedenen Plattformen liest man der ist ins Krankenhaus gekommen das war angeblich nicht so sondern da hat sogar ein Feuergefecht auf seinem Grundschutzstück gegeben und die Delta Force habe ihn dann festgenommen während er selbst an einer Infusion mit Adrenochrom hing die Geschichten werden immer besser die werden immer besser ja aber weißt du es reicht ja schon wenn sie jetzt in Kombination ja diese Stichworte in die Öffentlichkeit bringen das alleine ist ja schon ein Wert für sich würde ich meinen also wenn sie lügen würden dann würden sie sich ans Bein pissen absolut ja weißt du das wäre dann der Zweck heilig die Mittel und das bin ich kein Fan davon und deshalb hast du absolut recht das und deshalb haben wir das Wort Wahrhaftigkeit bei uns es muss einfach transparent sein und ja genau deshalb bin ich so Fan von 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 Kappnet dass wir das eben genau so aufsetzen können diese Prozesse schön darstellen wenn etwas geändert wird dann muss das muss das offengelegt sein die Frage ist nach dem Konsens und der Konsens das kann nicht sein dass keine Ahnung 20.000 Menschen darüber abstimmen müssen das funktioniert nicht weißt du da müssen wir eine sehr achtsame eine sehr achtsame Gliederung entwickeln meiner Meinung nach hat die höchste Entscheidungsbefugung wie ist es denn heute die höchste Entscheidungsbefugung ist über die wichtigsten Dinge die liegt in Brüssel bei der EU bei denen mit dem höchsten Zentralisationsgrad die gleichzeitig die geringste Information haben wie sich ihre Entscheidungen bei den einzelnen Individuen im ganzen EU vor Ort wirklich auswirken genau das ist genau der Punkt daher drehen wir jetzt diese Kompetenzen einfach um ja das heißt die höchste Entscheidungsmacht hat jedes einzelne Individuum und der muss dann aber auf der Informationsebene auch mit der Information versorgt werden dass er die Konsequenzen seiner Entscheidungen bestmöglich einschätzen kann vor Ort lokal in seinem Garten in seinem Haus in seinem persönlichen Leben in seiner Gesundheit zum Beispiel ja und damit machen wir ihn wirklich wirksam zum Souverän weil der hat zum Beispiel immer das Recht sich impfen zu lassen oder auch nicht ja sich zum Beispiel wenn er wirklich erkrankt dann später mit irgendwelchen Mittelchen auszukurieren wo er wieder entscheiden kann welches er nimmt wenn er sich ausreichend mit Information anderer Betroffener Ärzte Heiler Wissenschaftler die kann er sich alle aussuchen aber auch wieder diese Entscheidung nach auf wessen Ratschlag er dann eigentlich hört liegt dann wieder bei ihm ja weißt du du das was mir jetzt bei dir in deiner Aussage gefällt ist das was ihn betrifft direkt so ist es richtig was ist wenn es um Themen geht ey hast du Star Wars Figuren bei dir oben drauf ja ja Lego die habe ich als Lego für meine Kinder gebaut vor etlichen Jahren als die noch mit mir gemeinsam Star Wars Filme angesehen haben und ich weiß gar nicht auf wessen Vorschlag wahrscheinlich war es eh der Papa der sich damit selber belohnt hat ja aber weißt du das ist jetzt auch so ein Thema da ist er der C3PO ja und hast du es nicht gesehen hatte der ganz plötzlich hier dieses dieses silberne Beinchen das hatte er früher nie die waren beide aus Gold ja und dann kam der Mandela Effekt unter uns aber jetzt kann doch nicht sein dass der plötzlich einen silbernen Unterschenkel hat ja das hatte er doch nie und ich gehe und schaue ins Regal und er ist wirklich silber aber er ist ja sonst nicht goldig doch das ist das ist alles das wäre das ist schon abgegangen das wäre vergoldet gewesen so wie hier die Leisten ja auch die Frontpartie da sonst überall in Gold ja da hat er einen Arm verloren der liegt da wahrscheinlich am Boden ja genau drinnen muss man wieder mal bei Gelegenheit restaurieren ja aber das das hat mich wirklich geschockt muss ich sagen ja wie ich das gelesen habe dass der jetzt plötzlich da einen silbernen Unterschenkel hat das steht da als Lego Figur da hinten so kleine Themen können dich schocken ja das hat mich schon ja das ist das ist wieder ein Teil der Änderung meines Weltbildes aber wenn du davon ausgehst dass Zeitreisen grundsätzlich möglich wären dann erklärt das viel nein ich bin nicht dafür aber darüber haben wir schon ein paar mal gesprochen was du du hältst das für kein glaubwürdiges Konstrukt okay Zeitreisen ja aber Multiversen ja Multiversen das ist wieder mal ein ganz anderes Thema ja das muss ich das muss damit nicht zusammenhängen Multiversum kann eine Erklärung sein aber wenn du sagst es ändert sich auf einem anderen Zeitstrahl dann hat das ja nichts mit einem Multiversum zu tun ich denke schon dass du vielleicht aber ich denke nicht dass wir das die Frage ist wer das machen dürfte weil es gibt Lebewesen die achten auf diesen Planeten und wenn dann wäre es auch da im Konsens passiert und nicht einfach nur ein Bösewicht das ist ja das äh äh literarische dass man halt einfach spannend schreibt etc ähm was war das ja ich habe jetzt zum Beispiel vorhin eine Dokumentation über Bruce Lee gesehen also ganz kurz wieso das ein so großer Kampfkünstler ist und hätte man das nicht aufgenommen würde man das nicht glauben und dann habe ich gesehen im Film Dragon die Bruce Lee Story ähm wird er ja querschieds gelähmt und äh in dieser Dokumentation ist kein Wort darüber gefallen und ich finde das ist schon ein einschlägiges Ereignis also ein Doktor Joe Dispenza der ist ja damit groß geworden dass er zeigen konnte auch zeigen konnte oder wie war der andere der war es ein Deutscher oder ein Österreicher Clemens Kubi ja genau ein Deutscher ja genau der darf ja sich auch damit rühmen und so weiter dass er das geschafft ja ja richtig und deshalb frage ich mich hat das jetzt standgefunden oder nicht oder ist das dann einfach gewesen um einen Film spannender zu machen ja ich weiß es nicht ja was hätten wir sonst noch für Themen eines was mir aufgefallen ist bei meinen Autofahrten ähm da gibt es einen Herrn freien Journalisten der hat einen Kanal mit dem Namen Politik Aktuell und der hat eine Zeit lang gegen Honorar auch den YouTube-Kanal der Werteunion für Hans-Georg Maaßen betreut und dann sind ja Otte und Markus Kral abgesprungen nachdem der Hans-Georg Maaßen und die auf seine Empfehlung gewählten Vorstandsmitglieder auf einem Schiff den anwesenden Gründungsmitgliedern mitgeteilt haben der Premium-Partner für die Werteunion sei die CDU und vorher hat Maaßen getönt überall es gibt keine Brandmauer mehr und natürlich würde er mit der AfD und mit anderen auch über Koalitionen verhandeln und jetzt hat er sich dann auf dem Schiff haben sich die alle umgedreht wieder und gesagt nein aber sie würden die CDU mit ins Boot holen und das macht natürlich gar keinen Sinn weil der Großteil der Mitglieder in der Werteunion sind ja die die von der CDU enttäuscht weggegangen sind weil sie eine neue konservative Alternative gesucht haben umso mehr wenn die bereit sind mit der AfD sinnvoll Politik zu machen und da hat dann unter anderem dieser Herr auf seinem Kanal und auch auf dem Kanal von Markus Kral Interviews mit ihm gemacht und der hat dann ganz ehrlich gesagt was seine Gründe für den Austritt waren und das hat jetzt der Hans-Georg Maaßen so dargestellt als wäre das eine Illoyalität gewesen und bezeichnet ihn jetzt nicht wörtlich aber fast schon als Pressesprecher der war ja unser Dienstnehmer etc. der hätte das nie tun dürfen und freier Journalismus verträgt sich ja gar nicht mit der Funktion wenn er da für uns tätig ist und der hat das jetzt nochmal auch auf seinen Kanal gestellt dieses Interview das nämlich dann der Hans-Georg Maaßen dem Reitschuster gegeben hat auf seinem Kanal wo er sagt das war ja eigentlich sowas wie unser Pressesprecher und er sagt Pressesprecher war er nie nennt auch den Namen das war ein ganz anderer da lügt dieser Herr Maaßen ganz offensichtlich und er hat von Anfang an gesagt dass er Wert legt auf seine freie Tätigkeit und er betreut einfach nur den YouTube-Kanal und dass er da dann mit Menschen die er selber sehr geachtet hat die jetzt die Partei verlassen dann ein ehrliches offenes Interview führt wo er noch dazu den Maaßen oft in Schutz genommen hat und gesagt vielleicht war das nur taktisch vielleicht hat er es nur aus taktischen Gründen geäußert mit der Premium-Mitgliedschaft der CDU also hat alles nichts gefruchtet die haben ihn jetzt dann hochkantig rausgeworfen trotz einer vierwöchigen Kündigungsfrist die sie nicht eingehalten haben der Jurist Herr Maaßen also du siehst auf Schritt und Tritt wie unehrlich das ist was hier aufgebaut wurde und es ist wieder einmal eine riesen Enttäuschung für viele viele Menschen die sich aus dieser neu gegründeten Partei wieder etwas erwartet und erhofft haben und deswegen auch mein Zugang die Neugründung von Parteien ist wahrscheinlich keine gute Idee zur aktuellen Zeit es ist ich glaube die Unterstützung von vernünftigen Kräften in schon existierenden Parteien die momentan um Mehrheiten ringen ich glaube dass das der vernünftigere Zugang ist dass wir auf der menschlichen Ebene Überzeugungsarbeit machen und nicht dass wir uns jetzt verzetteln indem wir da jetzt Energie beispielsweise in neue Parteigründungen hineinstecken ich habe im Fall zu diesem Fall Werteunion und so weiter gar nichts mehr gesehen ich werde es hineinhalten ich finde es spannend dass du jetzt dahingehend etwas gefunden hast ich teile nur ganz kurz mein Bildschirm das ist das was ich teilen wollte siehst du das? das ist sehr schön ja ich sehe es wunderbar und da siehst du halt all diese Themen und jetzt so wie wir das jetzt aufstellen weil das ist nämlich Star Vision Plattform nicht Star Connect weil bei Star Connect haben wir ja das hier richtig das sind die Unterstützungsgremien Unterstützungskomponenten und das hier das sind aber die externen Plattformen wo wir das ist alles das Virtuelle das ist das was du mit IT umsetzen kannst genau und mit dem wollen wir einen Mehrwert in der Gesellschaft hineingeben so dass Menschen sich entführen können können und ermächtigen können und sich in diesen Lebenslagen ja selber helfen können oder halt zumindest helfende Hände hingehalten werden zum Beispiel dass diese Anwälte die jetzt da kommen die werden bewertet und natürlich wird der Kunde wird auch bewertet das ist ein analoges System wie es zum Beispiel auch der Rafi hat bei sich sehr schön ja und dann weißt du dass du auf wie soll ich sagen ehrlich sein darfst und eine gute Arbeit leisten weil sonst wird so schlecht bewertet viele Anwälte zum Beispiel die genießen einen Namen der vielleicht gar nicht mehr gerechtfertigt ist ja Thomas hat ja die Auswertung gemacht von diesen 11.000 Anwälten aus der Schweiz und hat herausgefunden dass viele davon dass das sehr sehr junge sind sind ja und dass wir dann gesagt haben hey weißt du was wir machen ein Forum eine Plattform wo die Leute sich austauschen können und dann siehst du schneller wie jemand sät um ernten zu können richtig ja genau dass hier wirklich ein Mehrwert für das Volk passiert und nicht einfach nur bla bla und und das jetzt in all diesen verschiedenen Branchen und die Leute ermächtigt werden und so versuchen wir ein Vorbild zu sein nicht indem wir Politik machen und irgendwo in ein Parlament gehen wo wir die gleichen Bandagen anziehen müssen das ist wirklich das ist wirklich ein Ziel weil die Politiker die können keine Vorbilder sein sie dürfen nicht deshalb ist zum Beispiel ich weiß nicht ob du das weißt aber von vielen her gesehen einer der besten Politiker den wir hatten der sich aber nicht auszeichnen konnte das ist der Christoph Blocher gewesen von der SVP und der wurde rausgeschmissen hochkantig weil er das Kollegialitätsprinzip nicht eingehalten hat und das Kollegialitätsprinzip ist das ähnliche wie Mockingbird du hast eine Agenda die musst du folgen und es gleiche Trompete blasen wie die anderen und er hat gesagt nein das mache ich nicht und in der Corona-Krise hast du das gleiche gesehen auch von der SVP ah jetzt habe ich seinen Namen vergessen der eigentlich auch etwas sagen wollte aber nicht durfte und ja und jetzt ist er glaube ich draußen und jetzt es wagte er etwas zu sagen und das ist von mir aus Heuchelei ich will nicht persönlich werden sondern sage die Empfangentage ist und in dieser Situation das Richtige machen müssen und das ist das anzusprechen und das ist das wo ich meine Aufgabe sehe ich habe wirklich ich nehme mich so zusammen dass ich halt eben kein Heuchler bin und ich bin so dankbar wenn ich darauf aufmerksam gemacht werde damit ich den richtigen Weg gehen kann weil deshalb das meist genannte Wort in meinem Buch ist das Wort vermeintlich weil halt einfach nicht immer alles so scheint wie es dargestellt wird und das ist ein das ist ein Teilaspekt des okkulten Staates und des okkulten Bildungswesens etc es wird uns ja nicht das transparent mitgeteilt was wirklich Sache ist sondern wir werden ja immer an der Nase rumgeführt mit irgendeiner Wurst oder du sagst Karotte dazu ich bin ja nicht so vegetarisch unterwegs in einer Wurst vor der Nase damit hat es nichts zu tun und ja solange wir das selbst nicht durchschauen können in der ganzen Klarheit und Offenheit macht das für mich keinen Sinn und die Konkurrenzbewegung egal ob die dann physisch und real auf Flächen existieren wird oder rein virtuell als Netzwerkstaat werden Gruppierungen sein die den Menschen alles offenlegen genau und sie halt eben auch ermächtigen sie entwirren und sie dann auch die Verantwortung nehmen das ist der Punkt nur jemand der sich über seine die Folgen seiner Handlungen wirklich im Klaren ist nur dem kann ich eine Verantwortung für die Handlung anlasten du hast noch die Serie reingehalten mit diesen verschiedenen zwölf Akten von Conspiracy Newsroom es ist Zeit aufzuwachen ok Moment ich schaue da mal gleich nach die Titel waren Prolog Geben und Nehmen Neustart des Systems der Codex Alimentarius die kleinen Lügen die Firma BAD Disney's frahwürdige Kindererziehung Früherkennung von Psychopathen Abwehr von Psychopathen die alten Hellseher die ja 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 ich sie es schon aber weißt du gerade die Themen Früherkennung von Psychopathen und Abwehr von Psychopathen das ist genau das was ich ja integriert habe mit den Bewerbungsgesprächen und dem Erkennen von Psychopathen zumindest in der Anfangsphase und später sie dann das System weil es dann eben positiv ist diese dann hineinzunehmen und zu schauen wie diese Psychopathen darauf reagieren weil sie halt eben auch Aufmerksamkeit und Anerkennung suchen und dann mal schauen ob sie sich dann positiv verhalten das ist korrekt ja 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 weißt du das haben Leute die jetzt Aufklärer sind zusammengetragen und das ist teilweise durchaus wertvolles Wissen ja also Leute die mit dem noch gar nicht in Kontakt kamen die haben da meiner Meinung nach einen recht sinnvollen schnelleinstieg ich will mich nicht immer wieder wiederholen und das ganze selbst irgendwo reinstellen oder womöglich auch recherchieren müssen das wäre mir auch zu viel und da bin ich dankbar wenn das andere schon getan haben und das kann sich jeder anschauen dann muss er selbst wissen was er damit in seinem Leben anfängt auch das kann ich den Leuten jetzt nicht vorschreiben ich kann auch nicht sagen zerbrecht euch den Kopf ob die Erde flach oder rund ist oder ob sie ein Torus ist und ihnen hohl das sind das sind Sachen die Leute die es interessiert und die da einen inneren Zugang dafür haben die machen das sowieso aber mit welcher Gewichtung wie viel Zeit sie der Fragestellung dann wirklich widmen und was ihre Quellen sein dürfen das ist dann ihre Entscheidung diese Freiheit muss man ihnen dann schon auch lassen man kann besonders interessante das ist ein ganz neuer Aspekt in dem Kontext in dem Zusammenhang da macht das auch für mich immer noch Sinn mich rückblickend mit sowas zu beschäftigen aber man soll das jetzt natürlich nicht zum Motto erheben und ganz oben auf die Agenda hinschreiben das wäre auch wieder Zeit und Energieverschwendung ja irgendwann mal weißt du wo darfst du zum Punkt und da komme ich immer wieder dazu wenn ich mich irgendwelchen Kanälen und so weiter verehre wo ich dann sehr schnell in die Praktikabilität komme was kann ich das ummünzen dass es mir dienlich ist weil irgendwann mal letztens habe ich auch wieder einen Film gekriegt und habe gesehen um was es geht und da habe ich gesagt nein ich kenne das schon ich muss das jetzt nicht nochmals anschauen sondern ich setze es bereits um mit dieser ganzen Star Connect Vision und so weiter und natürlich leite ich es weiter für Leute also gerade diese Zusammenfassung finde ich wirklich sehr gut die dann Leute zum Beispiel weiterleiten können ich glaube das ist jetzt zwei Jahre alt aber das ist immer wieder gut anzuschauen und auf der anderen Seite werde ich jetzt zum Beispiel ich habe ja eine Filme zusammengeschnitten ich habe es das Resonanzwirkungsvideo habe ich es genannt quasi darum zu erkennen die richtige Einstellung zu erkennen und in den Filmen wurde uns das viel gezeigt und das hat eben auch sein Negatives quasi dass man sich abhängig macht jetzt zum Beispiel von diesen Filmen wo die Menschen mit Strumpfhosen über deinen Hirn herumrennen und quasi Helden sind und dann hast du dein Hirn mit Heldentaten gefüllt und gehst dann ins Bett weil du denkst ja es wurde ja sowieso alles erledigt und das ist eben schade genau diese Filme die schaden uns so sehr weil die Leute dann halt eben nicht mehr heroisch sind sondern jemand kann das machen lassen aber das Dopamin haben sie trotzdem erhalten kennst du eigentlich den Film Boss Level nein nein das habe ich jetzt vor ein paar Tagen habe ich mir das angeschaut wie meine Frau schon zu Bett gegangen ist schon eingeschlafen ist Stunde 40 Minuten also nicht allzu lang ist ein recht lustiger Haudrauffilm so ein bisschen nach dem Motto und ewig grüßt das Murmeltier da ist auch jemand in einer Zeitschleife gefangen und permanent bestimmte böse Wichte trachten ihm immer nach dem Leben und innerhalb von einem Tag stirbt er dann immer also sie erwischen ihn immer irgendwo aber er ist schon gewohnt und er kann damit gut umgehen ja weil er weiß am nächsten Tag wacht er sowieso wieder an derselben Stelle auf ich wünsche dich wäre auch mal in einer solchen Schleife gefangen weil ich finde das wirklich sehr spannend Edge of Tomorrow mit Tom Cruise finde ich weltklasse richtig ja ja genau ja also diese Spielereien mit der Zeit die sind schon teilweise attraktiv kann man schon viel Spaß damit haben wenn du möchtest dann schicke ich dir in unserem Chat den Film hinein ich habe den noch als MP4 aber wahrscheinlich wirst du ihn nicht in so einer guten Qualität haben oder? da bin ich mir nicht sicher Urteile selbst ich kann ihn dir schicken und du kannst ihn in besserer Qualität suchen wenn der Wurf in dem Boss Level heißt einfach 2021 ja also meiner Meinung nach sehenswert ja wirklich sehenswert es ist ziemlich viel Action ja und es sind auch ein paar schräge Dialoge dabei also man kann sich ganz nett unterhalten als Kontrast dazu haben wir den Spin-Off von Game of Thrones angeschaut irgendetwas mit Dragon und ich habe schon lange nicht mehr so etwas Brutales gesehen und auch so obszön mit Sexorgien und was weiß ich also die haben gedacht die müssen das gleich toppen was sie da bei Game of Thrones gemacht haben also diesen Schund werde ich sicher nicht weiterschauen also es gibt so viel Blödsinn was da draußen ist was jetzt nur sich selber versucht zu toppen sehr schade ja meine Frau und ich wir schauen uns jetzt auf Amazon Prime auf Empfehlung einer Kollegin aus dem Töpferkurs von meiner Frau an Paris Profiling da geht es um eine Polizistentruppe in Paris hat glaube ich elf Staffeln inzwischen und die versuchen halt immer Verbrechen aufzuklären und jetzt in der ersten ich glaube bis zur vierten Staffel ist die dabei da gibt es so eine schräge Kriminologin ja die da besonders aufreizend gekleidet ist und der Chef von der Polizeitruppe der unterstützt die im Hintergrund ja keine Ahnung wie der zu der steht und warum und sie selber fühlt sich am Anfang da gar nicht wohl wird auch von den Kollegen ich will jetzt nicht sagen gemobbt aber die zeigen ziemlich die kalte Schulter und sie hat dann doch teilweise ganz gute Ideen und Eingebungen also sie ist eher von der psychologischen Schiene als Kriminologin aber sie fühlt sich dann halt sehr in die Opfer und in die Täter ein auch vor Ort und das hat dann manchmal sehr schräge Auswirkungen und das gefällt dir ja gefällt das ist ein schöner Kontrast unterschiedlicher Menschentypen der total empathische der gefühlsbetonte und die anderen die Logiker die so Dienst nach Vorschrift machen und die sagen bleib mir weg ja ich schreibe jetzt meinen Bericht und da kann ich nur das verwenden was ich an Fakten habe verstehe ich ich persönlich ich hatte eine Serie die ich geschaut habe aber die letzten Tage die waren so extrem wo ich so viel überlegen musste und Problemwechsel und was weiß ich dass als ich dann vor den Bildschirm ging und etwas gegessen habe dass ich halt gesagt habe ey weißt du was ich muss wirklich etwas leicht Verdauliches nehmen deshalb schaue ich derzeit Spongebob Schwammkopf und da kann ich herrlich entspannen ja oder Kabarets ja lustige einfache Kabarets sind teilweise auch ganz nett ähm wir sind am Ende angekommen ich würde sagen äh du machst das was du machen wolltest die Umfragen und mir einen Short einhalten ich werde auch etwas mit Shorts fabrizieren dann versuche ich mit den Dianetik Leuten einen Termin auszuverhandeln ja mit den anderen zwei vielleicht auch ja und ich versuche den beichern und zu schauen ob er etwas für uns machen könnte damit wir hier in die Gänge kommen das tönt doch nach einem Plan tun wir absolut lieber Melik ich freue mich schon auf unsere nächste Kontaktaufnahme nach meinen Telefonaten am Nachmittag lasse ich das wissen ja gut vielen Dank alles Liebe dir bis bald 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 Untertitelung des ZDF, 2020